überhaupt hin? Stream ich überhaupt zu meinem Kanal? Heise! Heise Online! Heise spielt! Guten Tag, meine Damen und Herren! Willkommen bei Heise Online! Mein Name ist Michael Witschorek und für... Wo steht denn das, wo ich hin? Twitch automatisch. Äh, ich, äh, äh, ich, äh, äh... Ich, äh, du, äh... Noch gar nicht. Ich sehe dich noch gar nicht. Die Kanarischen Inseln im Fokus auf Fuerte Verdura. Ja, doch, passt. Die Kanarien-Fügel. Ja, was? So, wie heißt das nochmal? Twitter. Willkommen im Chat. Discord. Klappt schon mal. Sieht nach meinem Chat aus. Plus mit zwei geschenkten Subs. For Topsen. Aber wie? Da ist Aber wie. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich hab hier tatsächlich jetzt sogar Triples, hab ich hier jetzt am Start, mit einem Window links, das heißt Window 2, Nein, Window 1, das ist rechts. Und das funktioniert aber nur, wenn ich die richtige Zoom-Stufe eingestellt habe. Äh, nur dann ist der Field of View korrekt und nur dann hat die Erde auch wirklich die richtige Krümmung und die Welt läuft links und rechts korrekt zusammen. Verstehst du, was ich meine? Die Erde hat keine Krümmung. Es ist flach. Achso, gut. Aber dann ergibt es ja noch weniger Sinn, dass wenn ich besonders weit rauszoome, dann ein ganz harter Knick nach fast 90 Grad nach unten rechts und links käme. Hallo Spechtmeise, hallo Nema. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Grüß euch. Nema. Spechtmeise. Nightbot. Alle da. Alle da. Ja, wir landen hier auf Fuerte Ventura in dem A320 Airbus von TUI. Ist aber falsch bemalt hier im Spiel. Hab ich nicht richtig gemacht. Ich sitze hier in meinen Twin-Dings im Simulator. Hab wie gesagt Triples jetzt endlich richtig am Laufen. Wenn dann die Zoom-Stufe richtig ist, ist das schon ganz cool, muss ich sagen. Dann ist es geil. Allerdings sieht man dann auch gar nicht so viel mehr, weil man nämlich tatsächlich so weit ranzoomen muss, dass einfach nur das, was man sieht, sehr viel größer ist und am Aspekt links und rechts dann stimmt. Aber so viel mehr nach links und rechts gucken kann man jetzt auch nicht als auf dem 21.9-Monitor. Und dafür wäre dann da immer der Aspekt ja sogar richtig. Nur so minimal zerquetscht links und rechts. Ist also eigentlich noch nicht so richtig gut, nachdem ich das ja noch mal ausprobiert habe. Aber naja, ich mach unsere Musik an. Oh ja. Hallo Felte, sei gegrüßt hier auf Twitch. Felte, flieg doch mal mit. Flieg doch mal mit, komm doch mal rein. Der ist da schon längst auf... Da ist er doch schon. Hallo Felte. Ja, moin. Ja, moin. Moin Felte. Ich hab mich noch nicht getraut. Ich wusste nicht, was wir machen. Ja, wir chillen heute. Blödsinn. Wir chillen. Wir chillen heute. Nix offizielles, kein Heiser, nix. Nee. Ich stehe auf der falschen Seite der Bahn. Ich komm auch erst rangeflogen. Ich komm auch erst rangeflogen. Ich will ja hier zeigen, wie wir gelandet sind. Da fliegt man nämlich erst an... Schlaf mich doch. Teneriffa, glaube ich, vorbei. Was man sieht und dann denken alle im Flugzeug. Ah, da rechts ist es ja schon. Fuerteventura. Aber stimmt gar nicht. Ist nämlich Teneriffa. Das ist Teneff, genau. Das ist Teneff. Teneff, was du jetzt erzählst. Geht jetzt hier die Map mal wieder? Teneffifa. Geht mal wieder. Da ist sie. Da ist sie. Über mir. Ah, die geht. Oh, ich freue mich ja über die VFA-Map, wenn sie funktioniert. Über die neuen Funktionen. Was gibt es denn da für neue Funktionen? Ja, das lohnt sich eigentlich nur für Leute, die öfter den Flight Simulator starten. Der Rest bemerkt das überhaupt nicht. Ja, ich sehe. Du kannst jetzt alles anklicken und kriegst Informationen, zum Beispiel Frequenzen für Flughäfen, ILS-Frequenzen. Ja, cool. LTE gibt es hier. Das stimmt auch. Auf Fuerteventura hatte ich ganz viel LTE. Manchmal aber auch nur 3G oder auch nur Edge oder gar kein Empfang, wenn ich hoch in den Bergen war. Hi, Sonny. Willkommen. Sonny war ja lustigerweise, das wissen die wenigsten, ich glaube, das kann ich ruhig erzählen, war ja ein, zwei, drei Monate vor uns im gleichen Hotel auf der gleichen Insel. Kann sich das einer vorstellen? Und da hat er ins Bett geritzt, Sonny was hier. Und das hast du gefunden. Nee, das nicht. Also vielleicht, wenn wir unseren Zimmer wechselt bekommen hätten, haben wir aber nicht. Wir haben wegen Ameisenbefall dreimal gefordert, bitte ein neues Zimmer zu bekommen, haben aber immer nur gesagt gekriegt, hier ist noch mehr Gift. Bitte schön. Sprühen Sie das da hin. Aber jetzt, das ist auch ganz gut, wo ihr hier gerade seht, wo ich hier gerade bin, ungefähr hier hat unsere Tochter angefangen, ganz bitterlich zu weinen und zu schreien, weil sie nicht mehr konnte. Das ist ein Gas, der hängt ja auf, hier hängt der in der Luft, der ist kurz vom Stall. Ja. Ich habe einen Stall? Angle of Attack ist knallrot. Oh. Gib mal Gas. Ja, ich gebe mal Gas. Du, das hat hier die Simulation für mich gemacht. Nee, der Pilot hat nicht aufgepasst. Ich streame hier auch. Ich weiß noch nicht mal, wie das hier aufgeht mehr, das mit den Rädern unten drunter, das Fahrwerk. Ja. Hätte doch nicht gedacht, dass das jetzt noch so lange, jetzt steige ich wieder, ich will doch nicht steigen, ich bin doch schon im Landeanflug in Wirklichkeit dahinten. Das war gerade nicht im Landeanflug, das war im Absturzmodus. Hi Mythos. Also, ich mache jetzt erstmal hier ganz ewig ankommen auf der Insel. Hi Mythos. Hi Hadel, Chris. Und dann, alle, die den Flight Simulator haben, haben jetzt also eine halbe Stunde Zeit, wenn ich das jetzt richtig sehe, auch ins Spiel zu kommen und dann auf Fuerteventura, auf dem Flughafen, in so einer kleinen Maschine, dann meiner Autoroute über die Insel zu folgen. Dann fliegen wir da alle rüber, machen quasi einen Community-Flug. Können auch alle in Discord-Voice kommen, ganz entspannt. Ja, Felter und ich haben, glaube ich, also ich glaube, Felter hat genau wie ich die Cessna 172. Dann nehmen wir die da. Ja, das war genau. Das ist eine gute Idee, weil so viel Wasser hat. Ja, vor allen Dingen, genau, ich habe die mit den Schwimmern genommen. Ach, guck, siehst du. Sieht ja schon auch toll aus, muss ich sagen. Das ist immer das Schöne, wenn man zehn Tage kein Videospiel mehr gesehen hat und dann auf einmal wieder eins laufen hat und so denkt, Wahnsinn, was heutzutage alles geht, wie das aussieht. Fotorealistisch. Ja, der lebt noch. Ich habe nicht gewonnen. Das wird auch lustig. Ich mache natürlich gleich auch die Lieder vom Robby-Club alle an. Ihr müsst ja alle kennenlernen. Nee. Den Robby mit der Sonnenbrille. Uh la la. Ich muss weg. Ich muss gerne mit Sibylle. Uh la la. Guten Abend, Simox. Hallo. Schön, dass ich noch begrüßen konnte, Simox, bevor ich gleich weg bin. Wieso? Nur weil du das Robby-Lied mitsingen sollst? Jo. Es gibt keine Geräusche mit dieser Art in dem. Wie er Mambo tanzen kann. Alle tanzen. Nee. Ja, der. Oh. Robby ist ein Hit. Alle tanzen gerne mit. Seht euch mal den Robby an. Wenn du nicht aufhörst, fange ich an, schmutzige Lieder zu pfeifen. Schmutzige Lieder? Ja, mach mal. Mutti guck, Mutti guck, Mutti guck, 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 der Hahn sitzt schon wieder auf der Klub, gluck, guck. Mutti guck, Mutti guck, Mutti guck, 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 guck. Der Hahn sitzt schon wieder auf der Klub, kluck, kluck. Ja, das ist auch ungefähr das Niveau. Ich finde es ja so krass. Hörst am Wald dran, etwas klimpern, sind zwei Liebende bei Pimpern. Mach ma's noch einmal. Mach ma's noch einmal. Wie allein schon der zweite Satz dieses Liedes, wo halt Kinder ja diese Robby-Propaganda, muss man ja sagen. Also für alle, die es nicht wissen, Robby ist eine Robbe und die ist das Maskottchen vom Robinson Club, wo wir leider aus meiner Sicht Urlaub gemacht haben. Das ist so ein Cluburlaub für die, für Leute, die denken, dass sie zu reich sind. Meiner Meinung nach zumindest die meisten Leute, die da waren, waren so drauf. Und dann werden die Kinder da in den Robby-Club geschickt und werden da bespaßt. Und abends gibt es immer eine Disco. Die erste Regel aus dem Robby-Club ist, man redet nicht über den Robby-Club. Ach so, ich schon. Dann rede ich jetzt ja hier aus dem Nähkästchen. So lange du nicht singst. Doch, ich singe gleich. Ich mach das sogar anders. Lieg nicht an deinem Gesang, liegt nur an dem Lied. So, passt auf. Da könnt ihr, ja ihr seht meine Maus im Stream, das ist wunderbar. Das hier ist Fuerteventura, könnt ihr schon sehen. Da hinten ist noch eine kanarische Insel, könnt ihr auch schon sehen. Hier auch, das ist Teneriffa. Wunderschön, bestimmt eine richtig tolle Insel. War ich aber nicht. Sondern hier mit dieser kleinen Vorinsel, das ist Fuerteventura. Hier ist ein ganz berühmter Strand, sag ich später noch was zu. Hallo Mini, moin. Wir landen jetzt gleich hier. Ja Mini, grüß dich. Ich rede mir nicht so gern dazwischen. Hi Mini. Sorry. Aber ich dachte, ich begrüße mal den Mini. Begrüß doch mal die Leute. Einer muss es ja machen. Ja. Ich mach das aber auch sehr gerne. Sieh das gut. Ich muss das also gar nicht, ich mache es gerne. Ja, die eine Seite von Teneriffa ist grün, die andere ist zu trocken, sagt Spechtmeise. Das stimmt natürlich. Allerdings habe ich auch schon, ich habe schon gelookt, es ist eh alles ein bisschen verkehrt. Das sind ja Vulkaninseln hier, die Kanaren, alles, allesamt. Und natürlich kommt die Artificial Intelligence von Microsoft dann nicht ganz recht mit klar und macht ganz viel, was schwarzes Vulkan, schwarzer Vulkanstein ist, ist auf einmal dann Wald an der Küste. Totaler Quatsch. Das sind ja die Steine. Ich habe mir ja an einem dieser Steine, als man in das wunderschöne Meer gegangen ist zum Schwimmen, direkt mal den C, mir haben C wehgetan. Der war ganz blau und braun und gold und lila und alle Farben. Mein kleiner, der C links vom kleinen C am rechten Fuß, der war, alle Farben hatte der. Am linken Fuß kann ja auch nicht sein, da gibt es kein C neben dem kleinen C links. Korrekt, korrekt. Stimmt, es reicht, wenn man sagt, mein C neben dem... Links neben dem kleinen C. Links neben dem kleinen C. Der Ring C quasi, genau Sonny. Der Ring C, stimmt. Der Ring C, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ah, das ist ja wieder tief. Der Ring C, ich zeige dir den Mittel C. Wie macht man nochmal in diesen hochautomatisierten Flugzeugen, dass das macht, was man will? Ich hätte das gerne alles auf manuell. Gibt es nicht, ne? Alles doch. Wo? Weißt du schon, wurde dir schon gezeigt. Ja, vor einem Jahr. Ja, du musst das regelmäßiger spielen. Ja, mache ich ja jetzt bald. Guck mal nach oben, da vorne wirst du nichts finden. Na oben. Überm Kopf. Ja. Bis oben. Ja. Noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Ganz weit oben, über Kopf. Ich bin doch über Kopf. Ja, da sehe ich nur dein Video, deswegen, da oben links sind drei Schalter. Ja. IR 123, NAV, ELAC. Nein, nein, weiter oben. Also hinten dann, wenn du so willst. Noch weiter hinten. Gibt es doch gar nicht. Da oben. Doch. Da, hinten? Ja. TCP mit uns Boot. Ganz oben. Ja. Da gibt es drei Schalter, die kann man. Oh Gott. Warte mal. Kann ich hier tatsächlich nicht? Du kannst eine andere Ansicht hier öffnen. Wie geht das denn? Wie könntest du? Na, guck mal rechts. Ach komm, ich weiß es nicht. Da. Belassen wir es bei, ich weiß es nicht. Ist ja nicht so schlimm. Ich müsste selber suchen. Ich weiß nicht. Es ist ja schon so lange her. Ach, du spielst also täglich. Ich schalte das aber nicht ab. Das sind Systeme, die man nicht abschaltet. Warum ist das bei mir denn schon wieder automatischer als eingeschaltet? Für die Dinger da hinten muss ein Pilot eigentlich nicht aufstehen. Da muss ich nur ganz komisch nach hinten strecken. Nee, 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 das sind drei Schalter. Es kann auch sein, dass wir auf der rechten Seite waren. Aha. Inoperativ. Bist du sicher, dass das in der offiziellen Version ist und nicht in dem Neo? Ja. Ja. Nee, nicht irgendwelche Schalter waren. Das waren drei Schalter, die man umlegt. Die drei, die du zuerst angepeilt hast, die sind für den Navigation zuständig. Das kann natürlich auch sein, dass die das sind. Map-Informations-Mode. Ich weiß es nicht mehr. Also hier unten wirst du nichts davon finden. Hier ist der Autopilot. Aufstehen wir. Nichts ausstellen können. Off ist er jetzt. Ja, ja, aber... Das reicht doch bestimmt schon. Ja, du wirst halt nicht über 60 Grad Banking hinbekommen. Aber das brauchst du ja eigentlich auch nicht. Muss man ja alles gar nicht. Guckt euch das an. So, ich lande jetzt hier. Mal sehen, ob ich das noch hinkriege. Mit 22.000 Fuß? Ja. Hättest du früher mit angefangen? Ja, sehr viel... Also du bist viel zu hoch, eigentlich. Eigentlich? Du musst Höhe verlieren. Du musst Höhe verlieren. Ich mach mal die Engine aus. Freier Fall wird mir am meisten helfen. Dafür reicht es dann, ja. Dafür bist du. Und dann, ja. Und dann, ja. Und dann, ja. Und dann, ja. Aber hat sich dann auch reingebrannt. Und jetzt singt Marlene immer abends. Der Robby mit Sonnenbrille. Uu la la. Tanzt gerne mit se Brille. Uu la la. Und schon ist es viel lustiger. Se Brille. Sehr schön. Se Brille finde ich gut. Ja, se Brille finde ich auch witzig. So, Sinkflug. Liebe Passagiere. Die schreienden Kinder. Haben allen Grund. Denn jetzt. Ja. Das wird jetzt wehtun. Oh Gott. Locker 10.000, 15.000 Fuß so hoch. Ach Mensch, da kann man ja hier schon alles sehen. Schade, ich habe jetzt hier die Kamera nicht am Start. Ansonsten könnte ich euch die Triples mal zeigen. Ist jetzt eigentlich ganz cool. Bitte was? Bitte was? Popcorn. Wofür? Oh. Für die Landung. Da ist ein super Stichwort, weil ich zeige das mal. Ich werde hier einfach nach rechts weiter absinken. Und ich zeige, da rechts über meiner Spitze, also erstmal hier sind es diese Sahara-Dünenwüste. Und da, wo jetzt meine Spitze vom Flugzeug ist, da ist die Popcorn, die Popcorn Beach. Die heißt auch wirklich so, die gibt es nur einmal auf dem ganzen Planeten Erde. Da habe ich nämlich dieses eine Bild auch gepostet auf Social Media. Da sehen die Körner an dem Sand so aus wie Popcorn. Das hast du noch gesungen, oder? Es wird tatsächlich weniger Synkopien, als du es gerade machen kannst. Wir können unseren ganzen Stream eigentlich sparen, wenn ich euch das kurz von hier oben einmal zeige. Stimmt, jetzt einmal drüber, fertig. So, war schön mit euch. Die ist eigentlich gar nicht so groß, aber da hinten seht ihr die große Bergkette. Größfalls Popcorn. Ja. Du, ähm, einen Tag bist du unterwegs, wenn du von ganz dem Süden startest, einmal hochfährst und wieder zurückfährst. So, ich glaube, ich kann... Ein neuer Subscriber. Hi, Bobby. How goes it? So, wir machen mal 36, 37, 38 Prozent. Wir drehen hier schön nochmal den Kreisle. Ich musste auch in der Ripper zwangsweise um die Insel fahren, weil meine Kinder es mit den Serpentinen nicht so haben und da bin ich den Rückweg leider um die ganze Insel rumgefahren, damit ich den Hinweg mit den Serpentinen nicht nochmal fahren musste. Oh, das ist ja aber schade, die Serpentinen sind doch das Lustigste. Das fanden die nicht so lustig. Denen wird echt schlecht leider dabei. Ja, aber das Gleiche hatten wir auch. Und zwar habe ich nämlich einmal die Tour alleine gemacht und genossen. Und dann habe ich drei Tage später nochmal die ganze Familie eingeladen und eingeladen auch ins Auto, in den Kia Rio. Das ist ein scheiß Fahrzeug, aber hat geklappt. Und auf einmal fing Marlene immer an. Aua, Aua, Papa, was hast du denn? Aua, Aua. Und dann wurde die auch reisekrank. Furchtbar nervig. Dann konnte ich nicht mehr so schnell um die Kurven fahren. Ich musste ein paar Mal anhalten, also... Willkommen zurück im warmen Deutschland, sagt Bobby. Ich finde das Wetter hier tausendmal angenehmer. Ich hatte am Ende ja Hitzepickelpusteln. Habe ich immer noch am Rücken so ein bisschen. Weil ich da auch einen Mini-Sonnenbrand hatte. Ansonsten war ich immer super eingecremt und gut geschützt. Und kaum bin ich wieder zu Hause, wird alles super. Mein Körper direkt, yeah, baby. Alles super. Aber ich bin auch mit kurzer Hose angekommen gestern bei 7 Grad nachts, Mitternacht. Und dann erstmal schön zum Auto spaziert und habe das alleine geholt. War genau die richtige Temperatur für mich. Da war mir immer ein bisschen zu heiß. Wobei, wenn man im Wasser war, war es schon schön. Sowieso allgemein, das Wasser ist da schon gut. Quasi wie die Ostsee in warm und schön. Die Ostsee ist abgestandenes Brackwasser. Die Ostsee ist abgestandenes Brackwasser? Ja. Da fehlt ja auch ein bisschen Ebbe und Flut. Das ist deren Problem. Ja, das ist eben das. Steht da wirklich. Hat man nicht immer abgestanden? Da fällt mir gerade ein. Bobby kann man ja auch super in den Song einbauen. Der Bobby mit der Sonnebrille. Uu la la. Tanzt so gerne mit se Brille. Uu la la. Seht euch mal den Bobby an, wie er Mambo tanzen kann. Ja, der Bobby ist der Hit. Alle tanzen gerne mit. Aber ihr müsstet das Video sehen, wie Marlene getanzt hat dabei immer so. Und dann in die Hocke gegangen ist. Das war natürlich cool, die Choreografie. Da war ich dabei. Fand ich gut. So, wie ging denn jetzt nochmal dieser Landekrammer ab? Oh ja, noch gar nicht. Was ist eine gute Landehöhe für den Dickenflieger beim Landeanflug? 2000? Null Fuß über dem Asphalt. Im Idealfall den Boden berühren. Naja, davor. Kann ich sagen. Davor. Davor nicht den Boden berühren. Ja. Auf jeden Fall nicht. Auf 2000 Fuß oder eher auf 5000 Fuß? Ja, auf 2000. Okay. Ich muss ja sagen, die Insel haben sie gut getroffen hier. Die Satellitenbilder sind echt klasse. Das ist viel zu schnell. Ja, das kommt ja auch noch. Äh, Flaps, ne? Genau. Ja, die reißt du dir bei der Geschwindigkeit jetzt ab. Dann kannst du auch mal das Fahrwerk rausmachen, dass ein Bremst zusätzlich. Ja, das suche ich die ganze Zeit schon. Geh. Das hilft mir nicht. Ich muss doch mit meinem Joystick alles machen. Da geht dann gar nichts. So, wunderbar. Guck mal. Das wird noch was. Jetzt bist du endlich bei dem Tempo, das du fliegen durftest. Nur Bremse wäre noch nicht schlecht. Keine Ahnung, wo die war. B. Wie Bremse. Die hilft mir hier nicht. Die Tastaturklappen. Das ist auch nicht B. Die Störklappen. Die Störklappen. Ja. Hm. Na ja. 40 Knoten so schnell, aber hey. Das Ding werde ich schon irgendwie landen. Ja, so hat sich das ungefähr angefühlt, was der Pilot da gemacht hat. Deswegen hat Marleni auch die ganze Zeit geweint. Oh Gott, das kann ich auch schon mal besser. Einmal, einmal, einmal. Drei Landungen zum Preis von einer. Dienstag, Mittwoch. Vier Landungen zum Preis von einer. Oh, jetzt bin ich zu langsam. Damstag. Ah, ein Traum. Guck dir das an. So werden die Passagiere bei ABA. Wir sollten noch ein bisschen bremsen. Aviotics. Das ist übrigens das Ende der Handbeband. Wenn die Pfeile so aussehen, bist du zu weit. Ich habe jetzt einfach die Handbremse gezogen, das hat funktioniert. Das reicht. Ja, ja. So, wir haben es geschafft. Nicht kaputt gegangen. Die Passagiere sind alle fünf Zentimeter kleiner. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Tatsächlich sieht der genauso aus, der Flughafen. Da hinten hier mit dem, mit diesem Tower da. Bisschen, bisschen dick. Er sieht, also der Flughafen sieht aus wie ein Flughafen. So, ich will. Ja. Schade, ich hätte euch das gerne gezeigt. Mit den Tribbles. Das ist die Zoomstufe, auf der alles normal aussieht. Und sobald ich jetzt halt weiter rauszoome, ist alles abgeknickt. Alles andere. Auch rechts und links auf dem Monitor. Ja. Vielleicht kriege ich ja ein Bild rein. Vielleicht ist hier ja noch ein bisschen Saft drauf. Ich glaube nicht. Ja, auch noch drauf. Vielleicht geht's ja sogar. Ach, guck, geht's sogar. Krass. Wie krass ist das denn? Es geht. Es geht. Da seht ihr die Fuji. Also, ich zoome einmal. So, jetzt achtet mal drauf. Genau. Jetzt ist hier. Jetzt passt's. Jetzt passt's. Jetzt ist schön. Wenn ich jetzt mich herumgucke, ist es jetzt richtig gut mit dem Aspekt und allem drum und dran. Ne? Ein Traum endlich. Ungefähr. Ein Träumchen. Auch hier richtig. Links sieht's verzerrt aus, weil wir von links filmen. Aber rechts, das ist das, worauf ihr jetzt gerade achten müsstet. Also, das ist sehr viel besser als früher. So, und wenn ich jetzt aber rauszoome. Dann, sowas ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Und es gibt dafür gar keine Einstellungsmöglichkeiten. Also, dass man halt sagen kann, ich möchte eine feste Zoomstufe, also dass der Zoom ausgestellt wird. Und dann der Field of View halt angepasst wird. Das fehlt hier noch komplett. Von wegen richtiger Triple Support. Naja. Wenigstens kann man sich manuell halt richtig einstellen, dass es passt. So ist es ungefähr okay. Seht euch mal die Trippels an, wie der Aspekt es richtig kann. Ja, geil. So, dann ab in die kleine Maschine und dann einmal rum. Wunderbares Achterfahrtenfeeling. Gute Landung. Glückwunsch. Danke, Myself. Und hi. Hi, Myself. Ich brauche von dir nochmal, Myself, ich brauche von dir nochmal 50 Einheiten. Von dem Zeug da. Ich glaube, ich bin jetzt endlich soweit freigeschaltet, dass ich den, einen Ingenieur auch kriegen kann. Oh, wir treffen uns aber auf der Startbahn ruhig. Nach Süden ausgerichtet. Also auf der 19. 19, ja. Wie heißt das, was wir, womit wir fliegen? Flugzeug. Wie heißt das Flugzeug genau? Fällt es. W-172. Ja. Also wir haben den Schwimmer gewählt, ich weiß nicht, äh... Ja. Äh, Aerobat. Ist das Aerobat? Ne. Ne? Die 172. Textron Aviation. Kessner 172. Ach, 172. Floater, da ist er. Gibt es auch zwei Versionen. Einen mit G-1000, den nehme ich. Ja, besser. Hi, Stefan. Hi, Stefan. So, wunderbar. Das ist ein Wind. Und ich dachte, meine Controller wären irgendwie daneben. Das ist unser New York. Da lenkt man mich nur nach rechts und nicht nach links. Ja. Das gleiche Art. Musik zu laut, oder geht das so, Leute? Chat. Da gibt's ein Bock. Bug. So, ich will kurz, wo wir schon mal hier dabei sind, kann ich das kurz mal zeigen. Unter General Options gibt's jetzt hier unter Experimental diese zusätzlichen Windows. Und die kann man nur im Lateral Rotation Offset einstellen, also wenn ihr hier mal nach rechts gucken wollt. Da kann ich also sagen, wie weit ich, also wie weit weg dieses Bild davon sein soll. Falls ich jetzt so einen Seitenmonitor so seitzig montiert hätte. Das ist also eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Also es kann auch was, was andere Sachen gar nicht können. Aber für so ein ganz klassisches Setup ist es eigentlich ein bisschen beschissen. So. Nicht speichern. Discard. Okay. Ist er bereit? Was? Für. Für den Start. Was ist hier denn jetzt los? Wieso ist hier denn jetzt das falsche Bild? Nani. Moment. Hier stimmt was nicht. Hä? Wieso ist jetzt das rechte Bild vorne, was gecaptured wird? Oh, Spiel. Achso, ich hab jetzt... Hä? Ja, von mir auf mal. Gut, abends, Stefan. Hi, Stefan. Nochmal, hi, Stefan. Und nochmal, hi, Stefan. Warum ist denn das jetzt hier verkehrt? Kacktrippel sofort. Er nimmt jetzt immer, wenn ich sage, äh, bitte... ...Capture, den Microsoft Flight Simulator, nimmt er jetzt immer das rechte Fenster. Das ist ja immer nervig. Hätte ich euch das bloß nie gezeigt. Hm. Meiner jetzt. Ähm, Desktop Capture kann ich mal. Der Windsack macht mir Sorgen. Der Windsack macht dir Sorgen? Ja. Der steht senkrecht von links in der Luft, also mach dich auf was gefasst gleich. Ja, es ist super windig auf Fuerteventura, das kann ich aber auch bestätigen, das, äh, das kam mir auch so vor. Also meine Anzeigen sagen, wir haben 19, äh, 18 bis 19 Kilogramm Wind. Oh, krass, 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 krass. Ich kann gar nicht nach rechts. Ja. Willkommen im Klub. Also, ich, was geht so grad bei mir, aber ich krampel schon ein Loch in der Wand auf dem Seitenruder. Ich, ich starte einfach nach Süden. Ja. Ja. Hä, was machst du, ey, da für Spiel hier? Die können ja, die können ja fliegen. Oh, Aquila ist auch da. Schon in der Luft. Der wird cheatet. So, es gibt ganze zwei Autobahnen auf Fuerteventura. Eine, die an der Ostküste von Nord nach Süd geht. Und eine, die ein bisschen weiter durch die Mitte einmal zurück geht. Wir suchen die jetzt mal. Mein G1000 sagt mir die ganze Zeit, ich soll nicht sinken. Mein G1000 spricht schon nicht mehr mit mir. Und hört dich auf. Aber ich zeige euch nochmal hier kurz, ähm. Äh. Zeige ich euch nochmal kurz. So krass reingezoomt ist, wenn der Aspekt im Cockpit richtig ist. Und ihr, die ihr ja jetzt auf einem Monitor wahrscheinlich spielt, beziehungsweise Felte spielt auf so einem Mega-Ultraweit, äh, wird mir bestätigen, dass das normalerweise nicht so groß und so reingezoomt ist. Also eigentlich würde man sich jetzt was erhoffen, was irgendwie mehr so... So ist. Damit man wirklich mehr sieht, links und rechts. Allerdings ist dann halt... Du musst auch was von deinen Instrumenten erkennen. Ja, das ist halt der Vorteil, ne. Aber ansonsten, hier ist der Aspekt jetzt leider halt auch schon wieder nicht mehr richtig. Das seht ihr, wenn ich hier jetzt auf die Tür gehe, dann ist hier so ein Knick drin. Aber ein richtig derber. Und auch der wird erst korrekt, wenn ich halt nah genug, weit genug reinzoome. Seht ihr, dann ist er jetzt... Ja, gut, jetzt ist er weg. Ein bisschen ist er für euch noch da, aber für mich ist er, weil ich mit dem Kopf ein bisschen tiefer bin. Ist er weg. Und, ja. Dann ist man aber so nah an den Instrumenten hier dran. Und dann bringt das schon wieder... Also, das ist immer noch cool. Aber man sieht nicht wirklich so viel mehr von der Spielwelt im Vergleich zu vorher oder so, wie es bei iRacing jetzt zum Beispiel wäre. Na ja. Aber ja. Wir sind hier. Rosario schlag mich tot. Das ist die Hauptstadt. Lassen wir jetzt hinter uns. Da hinten sind wir gestartet. Dort. Und hier sind die ersten schönen Hotels und alles. Vor allem hier rechts. Da. Ja, und ihr geht hier. Der Weg in Richtung Autobahn. F.E.U.W. Wie die Navigationsdaten dort immer sagen. Die Navigation Computert. Denn Spanisch für... V. Ist U.W. Das W, was aussieht wie... Deswegen sagen wir jetzt so. Wir sind verrückt. Wir sind so verrückt wie mit dem W, ne? Dass die Leute zum W sagen im Englischen. Doppel... Doppel-U. Kann ich das Fahrwerk einklappen? Kann ich das? Ja. Ja, ne? Oh, dann fall mich nochmal ab. Nein. Nein. Danke, Spächtmeise. Oh nein. Ja, nein. Oh, jetzt sind wir hier schon über den Gebirgen. Und da gehören wir gar nicht hin. Wir müssen eigentlich weiter nach rechts. Weil da ist die Autobahn. Da ist die Autobahn. Und der folgen wir jetzt. Ganz interessante erste... Erste Busfahrt, die man dann da hat. Von dort bis... ...zur... ...zur... ...Südhälfte der Insel. Ich glaube, die Musik ist so ein bisschen laut, ne? Chat? Ich dürfte das ruhig mal sagen. Und wer rät, was wir hier hören, der kriegt... ...meinen Respekt. Das war er für heute. Gebombeln! Bei Self hat übrigens direkt gesagt, sag mir einfach nur wann und wo und er gibt dir alles, was du brauchst. Ah, prima. Dankeschön. Das ist tierisch verwirrend, wenn ich jetzt nicht nah genug dran bin vom Zoom. Dann ist das nämlich wahnsinnig verstörend. Da habe ich lieber dieses gequetschte Bild links und rechts und weiß wenigstens, was wohin gehört, als wenn ich diesen komischen Effekt habe, dass ich um alle Ecken rum rumgucken kann. Ja, das hier ist die Autobahn. Wieder folgen wir jetzt einfach. Da haben wir es um den Berg geschafft. Ein bisschen hat es mich an Island erinnert. Ohne die Abwechslung. Halt nur wie ein Biom von Island. Hallo, Jacke! Grüß dich! Man sieht gar nicht, wie braun ich geworden bin. Das kommt im Stream wieder nicht rüber, weil die Kamera natürlich alles wieder ausgleicht. Wie sagt sich jetzt... Oh, der Michi ist ja zu braun. Der ist... Müssen wir mal weißer machen. Ist doch ein weißer Mensch. Der war automatisch und weißer und gleich regelt, dass die Bräune... So. Seid ihr alle hinter mir? Seid ihr tatsächlich. Das ist ja schön. Jo. Aquila, Felte und Juhu. Alle da. Und sitzt bei euch auch immer noch ein Co-Pilot dabei? Nein. Wie? Denen konntest du rauspatchen? Oder kann man sich das inzwischen raussuchen? Da war noch nie einer. Bei mir sitzen immer zwei Menschen im Cockpit. Ja, in der Außenansicht. Ja. Ja, das schon. Ich sitze aber drinnen, gucke nach rechts, da sieht es keiner. So, ich habe die Autobahn wiedergefunden. Yay. Die Landung auf dem Meer können wir dann später zwischen den beiden Inseln machen. Aber hier sieht man, wenn man tief genug fliegt, sieht man, dass die Berge doch auch alle sehr hoch sind. Richtig schön. Da habe ich auch schöne Bilder gemacht. Ich würde die auch gerne noch nachbearbeiten und werde das dann im Discord machen für alle Kofi-Supporter und Twitch-Subscriber. Die können dann da zugucken, wie ich die Familienfotos bearbeite und mir selber angucke. Ich habe die nämlich selber noch nicht gesehen. Aber das ist was für Discord, das ist nichts für Twitch. Für Twitch. Ganz lustig fand ich, überall ist immer Kreisverkehr. Die haben fast keine Ampeln und wenn sie welche haben, dann haben sie nur welche, die immer orange blinken. Und das zeigt dann an, diese Geschwindigkeit hast du zu halten und wenn du dann in dem Bereich zwischen zwei blinkenden Ampeln zu schnell fährst, dann kriegst du rot. Das fand ich ein sehr, sehr interessantes Konzept. Aber man sieht jetzt auch die Zoom-Stufe bei der VFR-Map. Das ist natürlich wirklich cool. Die Zoom-Stufe, genau. Ja, also 50 Nm, die, keine Ahnung, was soll das denn? Nautische Meilen? Nanometer. Na. Nautische Meilen, genau. Hast du nicht genug vom Fliegen? Oh doch. Zumindest, ich habe genug vom neben meiner Tochter sitzen, mein Pien. Gestern beim Rückflug ist mir ja wirklich das Herz gebrochen. Da ist sie so, so geschrien, kam gar nicht mehr klar mit dem Druckausgleich. Dann erst war sie nie eingeschlafen, dann war sie eingeschlafen, dann musste sie angeschnallt werden, weil der Anflug auf Hannover kam und dann ist sie während des Druckausgleichs quasi aufgewacht und hat nur noch Mambo-Jambo von sich gegeben. War wirklich schlimm. die vorher alle kauen durfte wahrscheinlich. Bitte? Durfte sie denn was Schönes kauen, damit sie mit dem Druckausgleich Die konnte nichts mehr kauen. Wir haben alles mögliche angeboten, die hat gar nichts mehr mitgekriegt. Die war nur noch im Delirium und hat geschrien, geweint und geheult und geschrien und alles. Armes Ding. Ja. Da konntest du nur daneben sitzen und sagen, alles wird wieder gut, alles wird wieder gut. So, ganz schöne Gegend hier eigentlich, aber ein bisschen zu grün. Also, die Illusion wird hier falsch erzeugt. Erstens sind hier nicht die Bäume, die hier gezeichnet sind. Hier sind nämlich, wenn, dann überall nur Palmen. Und zwar überall. Es gibt keine andere Bäume. Vielleicht noch so ein bisschen was wie Farmen aussieht. Aber es gibt eigentlich nur Palmen und Farmen. Das könnte Microsoft eigentlich ruhig mal machen. mit dem vielen Geld, was sie verdienen. Aber was sehr schön gezeichnet ist, hier die Strommasten. Ich habe mich natürlich auch schlau gelesen. Wegen dieser Strommasten wurde 80% der Bewaldung, die da war, und wie gesagt, so viel Bewaldung, wie ihr hier seht, gibt es da in Wirklichkeit gar nicht. Das ist alles Quatsch. Das ist alles in Wirklichkeit schwarzes Gestein. Und das wird hier dann lächerlicherweise mit Wald auf einmal übersetzt. So, wir müssen leicht links abbiegen, Richtung Südinsel. Und diese Strommasten, als die eingeführt wurden, da ist der Markus am Start mit dem Abo. Vielen herzlichen Dank und schönen guten Abend. Ja, also damit Strom überall verteilt wurde, vom Norden gen Süden, musste dann das wenige, was am Wald da war, am Naturwald, alles weggemacht werden. Das war vielleicht dämlich, meiner Meinung nach. Inzwischen haben sie überall Solar. Solar ist da sehr gut ausgebaut auf der Insel. Sehr gut genutzt. Ist ja auch klar. Ergibt ja auch Sinn. Das hat mir gut gefallen. Das viele Solar. Die Überlandleitungen haben mir nicht gut gefallen. Die finde ich immer unschön. Die waren Solar-La. Die waren Solar-La, genau. Aber habt ihr auch gesehen, die Überlandleitungen hier haben sie cool in dem Spiel integriert. Also generell sieht das da eigentlich alles aus wie Wüste. Ist alles rot und Sand und schwarzer Stein. Wie man sich halt eine Vulkaninsel vorstellt. und so sieht das hier jetzt ja gerade gar nicht aus. Tja, ich bin gespannt, wie oft ich gleich über diese, an dieser Küste entlang schweben muss, bevor ich das Hotel von Sonny und mir hier wieder finde. Aber Autofahren hat mir hier Spaß gemacht. Gerade in den Bergen. Alleine. Wenn man da dann auf niemanden Rücksicht nehmen musste, hat es fast etwas von Rallye gehabt. Nicht, dass ich da schnell gefahren wäre oder so. Nein, nein. Nein. Das mache ich nur in... Wir lasen doch über einer Zeitung. Das mache ich nur in iRacing. Ein paar... Ja, 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 ja. Ein paar Windräder haben sie auch. Lustigerweise, ist meiner Frau aufgefallen, die Windräder sind auch wie die deutschen Windräder unten dann mit dunkelgrün bis hellgrün angemalt, damit sie sich so schön in die Landschaft einpassen. Und es passt natürlich überhaupt nicht. Und das Grün fällt total stark auf. Weil es da natürlich alles schwarz bis dunkelbraun. Grau ist. Fand ich auch gut. Aber die Performance ist echt besser geworden jetzt mit dem neuen Update bei mir. Ist sie. Trotz dieser drei Bildschirme, die ich jetzt gerade am Start habe, mit den drei Fenstern und alles läuft das hier locker mit 60 Bildern die ganze Zeit durch. Ich habe hier mein Anti-Rising auf FAA gestellt. Ich habe es gestern mal mit DLSS versucht. Da habe ich so Grafikfehler. Und, genau. Und habe jetzt komplett auf Ultra gestellt. Oh. Hier haben wir eine Illusion. Das ist natürlich Quatsch. Ich erinnere mich genau daran, dass hier Windräder auch in der Realität aufgestellt sind. Aber es sind eher maximal zehn und nicht eins und nicht vierzig. Ich weiß nicht, wie viele ihr jetzt gerade vor euch habt, aber vor mir sind hier gerade vierzig Windräder. Das ist schon fast sehenswert. Lustig. Das besorgt wegen des Wetters verhältnisses. Das Wettermodell. Darüber bin ich doch ein bisschen besorgt. Ja, da haben sie einfach. Das hat mich gerade verwirrt beim Start auch. Aber gestern hat man das in New York auch schon erlebt. Es war ein krasser Wind am Boden. Aber hier nicht 60, 61 Knoten. Das waren 21. Seht ihr den Quatsch rechts auch? Ja. Quatsch rechts. Die Windräder. Ja, ja. Ein bisschen übertrieben. Da haben die sich gegenseitig kaputt. Lass es zehn in der Realität sein, aber vielleicht sind es auch sogar nur vier. Das ist totaler Humbug hier. So, jetzt sind wir aber auch schon auf dem Süden der Insel angekommen. Jetzt müssen wir hier links einmal rum. Das ist nach wie vor die Autobahn, die ihr hier seht. Schöne Strecke. Und kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass hier noch so ein bisschen Land, so eine Landzunge quasi gewesen wäre, die hier Wasser eingeschlossen hätte. Die entspricht glaube ich auch nicht der Realität. Vielleicht aber auch doch und ich habe sie nur nicht gesehen, weil ich hier natürlich auch nicht rechts über die Berge gucken konnte vom Auto aus. Natürlich Blusi gucken wir in den Chat, aber du bist du wirklich auf Barbados? Ich dachte du bist in London oder hast du da nur zwischendurch gelandet? Barbados klingt natürlich cool. So ich zeige euch mal, guck mal, so hoch sind hier die Berge. Das macht schon Spaß. Hier können wir mal versuchen zu sägern. Der denkt die ganze Zeit drüber nach, aber ich Das könnt ihr mir mal näher bringen, dann müsst ihr mir noch mal sagen, wo ich den kaufen muss, den Segler. Du musst noch nicht kaufen. kann man so runterladen. Ja, dann mache ich das. Dann werde ich auch mal wieder so cool wie die cool Kids. Man sogar tollen Seglerschlepp machen mit Narcessen. Kann sich davor stellen, ein Seil anknüpfen und der Jo zieht mich oder umgekehrt den Seegler in die Güfte. Das ist mal sehr cool. Hier seht ihr die Aquädukte. Also die nicht wirklich Aquädukte, aber so schöne Brücken, die gebaut wurden. Die kann ich mir auch noch sehr gut erinnern. Und das ist vollkommen richtig, dass das Richtung Wie ist Spanisch das Jot? Jandia, 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 wer weiß es schon so genau. Also bestimmt einige, ich weiß es nicht. Aber ja, da waren wir auch genau. Und da fliegen wir jetzt gerade hin und irgendwann kommt jetzt hier links der Robinson Club. Mal gucken, ob ich ihn wiedererkenne. Man müsste es ja an den Pools erkennen. Hier könnte es schon sein. Ja, 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 wir sind jetzt schon, wie ist nochmal Pause in dem Ding hier. Wissen wir wieder nicht. Also ich bin gerade genau drüber. Hier mit der Maus, da seht ihr, das ist der wärmere Pool von den beiden, das ist der Schwimm, der Schwimmpool, der kühl, nee, gar nicht, das ist der wärmere, das oben ist der kältere gewesen und hier ist das kleine Babybecken. Unser Zimmer war da. Seht ihr, wo ich mit der Maus bin? Da waren die Ameisen, die kann man von hier natürlich nicht sehen. Man kann auch von dort nirgends hin, weil, also zu Fuß oder so, kannst du hier nirgends großartig hingehen. Man muss dann, wenn dann am Strand lang gehen, um irgendwie zu der Stadt hier hinten zu kommen. Und das, ähm, ja, eigentlich hier ein schöner Strand, hab ich mir halt leider den Fuß angehauen. Immer noch ein bisschen weh. Aber wir tun jetzt mal so, als würden wir hier am Strand lang gehen, dann ist das ein total schöner Spaziergang und dann mieten wir gleich den Chiario in der Stadt, die da unten ist. Und ich frage mich gerade, wo der Leuchtturm ist. Hier am anderen Strand muss nämlich ein Leuchtturm eigentlich sein, weil da einer ist. So, dann muss man hier an den ganzen Fremdstränden vorbei. Das hier wär ja auch ein Abenteuer gewesen, da vorbeizulatschen. Ebbe und Flut gibt's kaum, aber relativ hoher Wellengang. Und, was ich auch sehr faszinierend und cool fand, also wenn man so dieses Windsurfen kann, dann ist das ja wohl der absolute Traum da. Die sind da mit nem Affenzahn, also, optisch sah's aus wie 50, 60 Stundenkilometer, am Strand hin und her gedüst, dann in die Luft gesprungen, haben sich gedreht und sind wieder zurück zum Strand, nachdem ich's schon kaum mehr erkennen konnte. Es war total wahnsinnig. Wahnsinnig. Richtig cool. So. Hier gehört eigentlich ein Leuchtturm hin, wo jetzt meine Maus ist. Und hier ist der Hafen von der relativ letzten großen südlichen Stadt. Und hier an der Hauptstraße wäre ich doch nur Pause machen. Hier ist die Hauptstraße und hier hab ich irgendwo ein Auto gemietet. Da. Hier steht... Da sind die ganzen Autos. Ah, ich boh mit. Da sieht man ja sogar den Autofarkplatz. Da hab ich mir mein Auto geholt. So einen hässlichen... Hat er blau gesagt. You have the blue one. Da hab ich die ganze Zeit einen bluen Chiario gesucht und in Wirklichkeit war er dann grau. Und deswegen hab ich den bestimmt ne halbe Stunde auf dem blöden Parkplatz erst gesucht. Auch null Service hat sich dann später mit der Familie da vorbeigekommen bin wollte mir auch keiner helfen. Ich musste den natürlich wieder alleine abholen und dann die Familie abholen damit bloß nicht die ganze Familie da erst hingegart werden muss. Ähm Und dann... Dann hat er mir nicht mehr geholfen die Kindersitze da rein zu machen. Das war nicht wirklich frech. Ich finde das kann man ruhig mal machen. Hat er gesagt, er ist... Er ist... Ähm... Zu wichtig. Hat er mir also gesagt. Er kann da jetzt nicht aufstehen und weggehen. Hatte die ganze Zeit nichts zu tun bis ich reingekommen bin. Hat er mit seiner Partnerin da gelabert. Aber mit mir mal kurz helfen. Das wollte er dann. Da war ich enttäuscht. Aber war mir dann auch egal. Und dann bin ich losgefahren. Hm... Und jetzt suchen wir die wunderschöne Straße die ich gefahren bin. Also warum hier der Leuchtturm fehlt ist natürlich schon komisch. Kann man denn sowas... Ich glaube ich hab ihn gefunden. Wie du hast ihn gefunden? Wo ist er denn? Das ist dieses Gebäude da geradeaus. Du hast recht. Das ziemlich einsam steht. Du hast recht. Das sieht man nämlich an dem Schatten. Oh Gott. Also nicht an dem generierten Schatten, sondern auf der Textur. Ja, guck. Dafür... Da ist er rund. ...bist du die Legende, die du bist, dass du anhand des Schattens den Schattenturm von Fuerteventura wiederentdeckst. Ja, der Schatten geht halt jetzt nicht nach 12 Uhr von hier aus, sondern so nach 8 Uhr. Ja. Und das ist dann die Form. Geil, geil. Und wieder hier alles falsche Büsche. Also man darf ja echt nicht ins Detail gehen, ne? Da ist eigentlich alles falsch. Richtig. Deswegen machen wir das auch gar nicht. Wir freuen uns einfach an den Flugzeugen, wie die fliegen können. Mhm. Wollt euch doch Fuerteventura mal zeigen. Da tust du doch gerade. Ja. Und ich sag euch, guckt nicht, denkt nicht, es sieht in der Realität ansatzweise so aus wie ein Flugsimulator. Ich hab ja schon gedacht, während der Pandemie, ich guck mir noch ein paar Ecken vom Planeten an und lerne mal da kennen, wie das aussieht. Und jetzt merke ich, da hätte ich ja ein ganz schön falsches Bild bekommen. Oh. So, jetzt müssen wir im Endeffekt wieder zurückfliegen, weil das ist ja natürlich die Autoroute, die ich dann gefahren bin. Da musste ich natürlich erst zurück, bevor es dann in die schönen Berge geht. Oh, da überholt er mich. Der Ximox war da auch schon mal in einem kleinen Hotel in Jandia oder Jandia oder Jandia. Ist ganz schön da. also die Südküste insgesamt ein bisschen wilder als der Norden. Norden ist gemäßigter. So ähnlich wie in wie auf Neuseeland. war hier gerade schön der Traffic von der Autobahn zu sehen. Da wird gerade kein Auto mehr im Bild. Was ist da denn los? Das ist ja krass. Ah, guckt mal hier, wenn ich auf Fuji drücke. Das ist ja krass. Hier ist überall Traffic auf dem linken Window und der fährt aber nicht in das mittlere Fenster rein. Ich habe auf dem mittleren Fenster gerade keinen Traffic, aber auf den Seitenfenstern schon. Wo ist der Testbericht der Mitte? Darf man erzählen. Wo ist er? Wann? Da muss man aber sieben gucken. Das ist ja bizarr. Das bedeutet, dass er ja tatsächlich eine ganz eigene Instanz quasi auf den anderen Fenstern rendert, ne? Davon kann man ausgehen, ja. Nicht so durchdacht, wie ich das wollte. Da könnt ihr sehen. Da ist jetzt das Auto und jetzt schwenke ich rüber und dann sind die Autos weg. Weg. Wieder da. Weg. Wieder da. Verrückt. Dann doch lieber auf einem Monitor. Da haben sie irgendwas hingebrezelt, damit sie das hinkriegen. Ja. Da haben sie nur so hingeklemmt. Verzweifelt. Ich freue mich immer mehr darum, dass ich nur noch einen habe. Ja, und ich bin am überlegen, ob ich nicht auch endlich umsteige. Man hat ja nur noch Frickelei mit den dreien. Und 32,9 reicht ja auch aus. Du hast ja auch den 32er, ne? Nee, den 49. Ja, ja. 32,9. Sag ich doch. Mein ich doch. Bin 49,2. Ja. Aber 32,9 Aspekt. Äh, achso. Äh, ja, Entschuldigung. Ja. Ich kann nicht so schön rechnen. Das habe ich auch nur auswendig gelernt. Ich kann ja auch nicht rechnen. Ich wusste gar nicht, dass hier links dann auch noch so viele Straßen sind. Da wäre ich da ja auch mal noch mal reingefahren. Da hätte sich eine vorherige Erkundung natürlich mal gelohnt. Aber ich wollte mich ja überraschen lassen von Fuerteventura damit dann der Entdeckerdrang, das was ich immer am Urlauben am meisten liebe, im Auto zu sein und dann zu sagen, okay, was sieht denn jetzt spannend aus? Wie ist die Topografie? und dann der Nase nach, dem Bauchgefühl nach. Das ist ja genau mein Ding. Nichts mache ich lieber. Passt. Ja doch, passt nichts. Passt. Passt also nichts. Haben wir Aquila? Haben wir verloren, glaube ich. In dem Wirrwarr mit dem Leuchtturm und meinem Gesülze haben wir Aquila leider verloren. Oder der ist in den Pool gehüpft. Da bei uns im Robinson Club. Mit Robby ist er unterwegs. Ich mache euch jetzt mal das Robby-Lied an. Mal sehen, ob ich das finde. Das war übrigens die Red Sector Mega-Demo, die wir gehört haben. Robby Club Sound. Der, da ist er. Der Robby ist der Sonnenbrille. Oh la la. Tanzt so gerne mit der Brille. Oh la la. Den Mambo tanzen beide gerne. Oh la la. Abends zeigt er ihr die Sterne. Oh la la. Seht euch mal den Robby an. Seht euch mal den Robby an. Wie er Mambo tanzen kann. Ja, er tanzt den Robby-Hit. Alle tanzen gerne mit. Seht euch mal den Robby an. Wie er Mambo tanzen kann. Ja, er tanzt den Robby-Hit. Alle tanzen gerne mit. Oh, die Windräder sind stehen geblieben. Der Robby mit der Sonnenbrille. Oh la la. Liebt es laut und richtig stille. Oh la la. Drum gehen sie in den Disco beide. Sehr gut. Oh la la. Bille trägt ein Kleid ausleide. Oh la la. Jetzt drehen sie sich auf einmal wieder. Was ist das denn für ein Quatsch? Seht euch mal den Robby an. Wie er Mambo tanzen kann. Ja, er tanzt den Robby-Hit. Alle tanzen gerne mit. Seht euch mal den Robby an. Wie er Mambo tanzen kann. Ja, er tanzt den Robby mit. Offiziell. Das wird ein Hit. Der Robby mit der Sonnenbrille. Oh la la. Da gibt es auch eine englische Strophe dann von, die da gesungen wurde zumindest. In dem Camp. So, wir sind jetzt zum Glück am Ende der Autobahn. Ich bin dann jetzt hier links abgefahren in die Berge dahinten. Was wir sind. Nicht natürlich die richtige Abfahrt, Petra. Ansonsten wird es Käse. Und schön tief. Ich bin gespannt, ob ich... Weil die eine Straße ist schon wirklich sehr cool gewesen. Sind die Windräder zu dicht beieinander, fragt myself. Ja, das hatte ich eben erklärt. Das ist totaler Quatsch. Also das sind vielleicht vier, maximal zehn, wenn sie verdeckt sind, Windräder in der Realität. Und hier so... Ja. Zahnräder. Zahnräder, genau. Die greifen hintereinander. Mach's gut, Spächtmeier. Bis zum nächsten Mal. Das könnte sein. Schon sehen. Hier ist zu flach. Da wäre ich nicht hingefahren, ja. Genug von der schlechten Musik. Aber ja, so war das. So, ich glaube die nächste Abfahrt ist es dann auch. Dann ist es hier schon eine. Wenn ihr hier eine Straße seht, dann schreit mal. Okay, der sucht auch schon ganz genau. Schon hier. Eigentlich müsste es die nächste links sein. Da ist eine Straße. Ja. Sie geht doch in die Berge. Hm. Wohl auch nicht. Also ich war schon auf dem höchsten Berg. Es muss ja jetzt dann eigentlich hier irgendwo abgefahren sein. Ich sehe aber keine vernünftige Straße da. Es ist eher... Eher so Geröll. Es war ja eine gepflasterte Straße. Vielleicht doch noch die nächste abwarten. Obwohl das schon danach aussieht. Von der Höhe müsste der das eigentlich sein. Gerade der da hinten. Der hohe Berg. Wow. Seitenwind. Nehmen wir mal an. Das hier haben wir noch mitgenommen. Und gehen jetzt nach links. Fehlt jetzt es dann. Das sieht hier ja schon abenteuerlich aus. Nehmen wir mal die Abfahrt da links nach dem Kreise. Links raus. Wobei ich jetzt wirklich gesagt hätte, dass ich eigentlich wahrscheinlich vor dem hohen Berg, der da links ist. Äh ja. Wir sind hier schon verkehrt. Eigentlich bin ich durch die Berge gefahren. Obwohl, da könnte es auch sein. Eigentlich kommen die erst noch. Nehmen wir doch noch. Ich bin bald südlich. Nehmen wir mal an, ich bin hier da lang gefahren. Weiß aber nicht mehr, ob das stimmt. Auf jeden Fall bin ich hier links. Also man wird dann später noch die Höhlen hier wahrscheinlich sehen. Im Gebirge. Da wo die Ureinwohner früher mal gewohnt haben, bevor kolonialisiert wurde von den Spaniern. Da haben hier nämlich, hat hier nämlich ein Volk gewohnt, das wohl aus Afrika mal übergelaufen ist. Und dann wurden sie dort alle von den Spaniern versklavt. Dann war es auch mal unter britischer Herrschaft. Dann wurde die Insel auch mal geteilt in Nord- und Südhälfte. Dann wurde hier eine Mauer gebaut. Genau da, wo wir gerade sind übrigens. Und dann gab es einen spanischen Herrscher oben und einen kleinen spanischen König unten. Carlos hieß einer. Was habe ich noch gemerkt? Hast du schon viel gemerkt? Habe ich mir schon viel gemerkt. Ja, jetzt macht die sowas. Finde ich immer gut. Ich habe sogar überlegt, ob ich nicht Europa, äh, nicht Europa-Universal. Das hier Crusader Kings mal starte als Fuerteventura und versuche, wie groß ich werden kann. Oder bedeutsam. Ja, ich glaube, wir sind sogar richtig. Wenn wir jetzt hier gleich nach links abbiegen und dann Richtung großes Gebirge, wird das schon passen. Ja, wissen wir schon, wenn du an die Nordküste möchtest, dann... Oder Westküste. Genau, an die West... Jetzt so links über das Gebirge Richtung Westküste. Dann geht ja auch noch die Straße. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, kommt was. Ich wollte das... Hätte nur vorher beim ersten Abzeug auch erreichen können, aber... Hätte dann ja nicht gepasst. Ja. Ja, der sieht doch gut aus da, der eine Berg. An den kann ich mich erinnern, den wir jetzt gerade so sehen. Gerade schon sehen. Jo, suchst du dir Herausforderungen mit dem Segler? Aber ich dachte mal, dann habe ich was zu tun, ja. So, ich fliege mal links in die hohen Berge rein. Da, wo Jo auf... Und fällt ja genau, wo ihr seid. Weil hier gerade über die... Ebene, das ergibt keinen Sinn. Ich würde auch links... Ich glaube, da, wo Hans Fritz ist, 88... Da ist auf der Bergspitze so eine Aussichtsplattform. Da werde ich nochmal hinfliegen. Denn da habe ich Fotos mit Marlene geschossen. Das ist ja der höchste Punkt da, ne? Dieser... Dieses große Ridge-Ding, wo wir gerade... Wo Jo schon fast ist. Genau, ich bin dran. Okay, jetzt sieht man ja sogar den Ausguckturm. Da ist nämlich eigentlich so ein kleiner Brunnen... Oh Gott. Ich komme hier gar nicht hoch. Ich wollte gerade sagen, muss ordentlich Gas reinschieben, weil das steigt gut an. Ja. Ja, das ist wie im Kia Rio, ne? Mit 60 PS auf einmal so einen Berg hoch. Und gerade mit Familie später dann... Da habe ich schon zu kämpfen gehabt. Oder besser gesagt, das Auto. War ansonsten jetzt aber auch nicht schlecht. Hatte Apple CarPlay. Und Apple CarPlay hat mich mal wieder vollkommen überzeugt. Das war richtig gut. Das ist so toll, da so eine Erweiterung des Smartphones zu haben. Aber ich sehe auch gerade, im Triple Screen seid auch ihr nicht gerendert. Das ist ja auch total beschissen. Oh Gott. Ich bin ja immer beschissener. Also, im Center Screen kann ich euch alle sehen. Jetzt gehe ich nach links, dann sind auf einmal die alle weg. Dann guck ich wieder... Dann seid ihr wieder da. Dann seid ihr wieder alle weg. Ist das bescheuert oder ist das bescheuert? Das ist nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Ganz so gerne. Mit die Brille. Uh lala. Was ich auch sehr amüsant fand, war, die haben dann manchmal so 40 oder vielleicht sogar 60 Kakteen so nebeneinander. Nicht Kakteen, Quatsch. Wir haben Palmen nebeneinander gepflanzt, wo sie Grundwasser sammeln, um dann irgendwie so eine kleine Farm oder so ein kleines Gewächshaus irgendwie mit Wasser zu befüllen. Und das sieht dann immer so lustig aus, wie so ne Station, Wasserstation im Endeffekt. Wir sehen, ob ich nochmal hoch genug komme. Jo, bist du schon mal rüber geflogen? Ich weiß, wo rüber. Na, über den Berg. Nee, warum sollte ich? Na, weil... Ich bin mit dem Segler unterwegs. Das kann ich nicht. Du bist mit dem Segler unterwegs? Ich bin mit dem Segler unterwegs. Ach, du hast gewechselt? Ja. Ach so. Ich bin mit dem Segler unterwegs. Nee, 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 das sieht nicht so aus, ne? Sieht überhaupt nicht so aus. Aber... Aber... Ich hab da ja ein Foto geschossen, also... wird zumindest einen Weg dran vorbeiführen und dann ist man die letzten Meter natürlich zu Fuß gegangen, wie das halt so ist in der Realität. Aber es ist ja gar keine Straße irgendwo sichtbar hier, ne? Nur die Links. Nur die Links. Vielleicht ist es die Links. Fahren wir die mal weiter. Eigentlich könnten sie daraus doch auch mal den Microsoft Car Simulator machen. Mit demselben Material. Nee, das sieht mir nicht so aus, als könnte man es mal hochfahren. Wir nennen es dann Carplay. Ja, ach, da war ich ja gerade bei, genau. Also Carplay war gut am Kia Rio. Was war noch gut? Da hab ich mir auch kurz den Wiki-Eintrag und ein paar Tests dazu durchgelesen, weil das interessiert. Das find ich auch immer spannend. Ich will auch möglichst, wenn ich mal so ein Auto miete, immer eins nehmen, was ich noch nie gefahren bin. Um möglichst mehr verschiedene Erfahrungen zu sammeln. Und das ist ja tatsächlich vor drei Jahren das most reliable Auto gewesen. Also das verlässlichste Auto. Und auch gerade Reparaturen und so waren wohl nicht sehr teuer. Das sind ja immer... Im Endeffekt, wenn man wenig Stress haben will mit seinem Auto, nimmt man meistens die... Oh, hier ist rechts. Hier ist die Strecke. Ich hab die Autostrecke gefunden. Sie ist genau unter mir. Das ist die Autostrecke. Genau das ist die Erfolg. Jetzt. Da gibt's auch Abzweige auf kleine Hügel. Da seid ihr bestimmt irgendwo... Ja, 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 genau. Ja, 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 ja. Hier ist es. Hier oben haben wir das Foto geschossen. Auch diesen hier. Achso, ich muss nur den hier in den Fährzeigen sagen. Hier unten. Ist nicht ganz gut gemacht. Aber... Und ich glaub, ich bin's dann halt auch andersrum vor allen Dingen gefahren, als ich's gerade fliege. Und jetzt... Ich spielte die Verbringe nicht ab. Genau, dann fährt man nämlich erst hier links durch. Ja, 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 ja. Das ist ja gut. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Und dann fährt man hier nämlich immer weiter hoch. Genau, wenn man wenig Stress mit so einem Auto haben will, nimmt man meistens die Autos, die bei den Mietwagenfirmen immer hoch im Kurs sind. So die Standardmodelle, die sie einem für 50 Euro andregen können. Das sind die, die am längsten laufen und am wenigsten Kosten verursachen. Ich war lange Zeit ein Opel Corsa, ein CR-Ibiza, jetzt ein Kia Rio. Ein VW Polo sieht man da selten. Gibt's aber auch für die Deutschen extra. Die denken, nee, ich brauch aber das deutsche Auto, das ich zu Hause auffahre. Also, das kostet ja gleich 30 Euro mehr. Macht auch nicht mehr. Ist wieder so eine Satelliten-Vierecks-Verschiebungs-Geschichte. Wie heißt das? Diese Satelliten-Quadrate. Das ist ein ganz süßes Dorf, wo ich gerade drüber fliege. Da gibt's sogar einen Spielplatz. Hachera oder so ähnlich. Da war ein sensationeller Spielplatz neben so einer alten Kolonialkirche. Richtig modern. Da ist Marlene vier Stockwerke nach oben gekraxelt und dann so eine abenteuerliche Rutsche runtergerutscht. Super modern, richtig cool. Eigentlich war der Spielplatz die eigentliche Attraktion. Wegen der alten Kirche. Da kommt die nicht hoch. So, alle haben die Autostrecke, die ich jetzt ins Auge gefasst habe, gesehen, ne? Das ist, glaube ich, leicht zu sehen. Fälte, warst du nochmal auf einer anderen kanarischen Insel, außer der, die hier nördlich ist? Nur einmal auf Teneriffa. Und auch mit den Kindern und so das übliche Programm mit den, ja, darf man ja gar nicht mehr sagen. Die Killerwale anschauen und, ja, doch, darf man ruhig sagen, war ja aus der Zeit so. Sie sind ja da, sie sind nicht da, weil ich da gewesen bin und ich glaube auch, dass sie die, glaube ich, nicht mehr erneuern werden. Das heißt, dass die Leute Gnadenrot finden. Ich glaube, auch einer ist, glaube ich, auch schon abgezogen worden. Gehören ja, glaube ich, zu den Parks oder gehören denen in Florida, glaube ich, sogar. Den großen oder kommt daher, weiß ich nicht genau, aber war schon spektakulär, das zu sehen, aber auch traurig, muss man sagen. So, jetzt biegen wir einmal hier links ab. Das habe ich nämlich auch gemacht. Da unten seht ihr noch die Kreuzung. Dann bin ich so ein bisschen zurückgefahren, weil ich dachte, das wäre sehenswert. Ist es am Ende nur so halb gewesen. Da ist dann eine schöne Küste und diese alten Höhlen, wo die Ureinwohner drin gewohnt haben. Denn wie schon auch auf Tunesien, in Tunesien oder Libyen, viele afrikanische Urvölker haben ja dort in Höhlen gelebt und leben zum Teil auch dort noch in Höhlen. Dann habe ich auf diesem sehr abenteuerlichen Trip Hanno 2008 durch die Sahara mit meinem leider inzwischen verstorbenen besten Freund ja gemacht. Das war irre zu sehen. Kann man heutzutage gar nicht mehr machen, ohne Gefahr zu laufen, da in ein Kriegsgebiet zu kommen. Vielleicht wird man auch gar nicht mehr durchgelassen. Sind wir da auch geritten? So, hier jetzt diese Autobahn noch weiter folgen. Eigentlich ist das eine Straße. Ist hier ein bisschen komisch wieder mit dem... Das ist die Kasse, ne? Es geht hier schon noch weiter. Das ist hier nur nicht ganz richtig. Da sieht man ein paar Zentimeter Verschiebung. Ist aber immer noch Asphaltstraße. Genau, und da hinten ist sie ja. Da folgen wir jetzt der Straße. Da müsste ein kleines Dorf am Ende sein. Ja, ja, das ist es. Oh, super, dass ich das hier perfekt... Bin ich gerade ganz stolz auf mich. Super. Nicht so schwer, aber... Wenn man da gerade zweimal gewesen ist... Aber ich finde es trotzdem gut, wenn es klappt. So, in den Sonnenuntergang... Besser kann man es ja fast nicht teilen. Ist jetzt hier diese Bucht. Die ist links... Ähm... Und rechts dann... Durchlöchert. Hier rechts... Ich gehe mal kurz mit der Maus an. Hier rechts sieht man halt nichts von. Aber da ein bisschen dunkler. Das sind alles Löcher und Höhlen. Hier kann man auch hochgehen. Da ist eine Aussichtsplattform. Da ist ein Parkplatz. Da war ich auch. Da stand ich auch drauf mit meinem Kia Rio. Dann sind da immer ein paar Restaurants. Für die... ...meist betagteren Touristen, die so eine Inseltour dann in zwei, drei Tage aufteilen. Und dann dort essen. Nochmal. Hier ist das. Und hier sind dann auch so ganz abenteuerliche Wellen, die dann dagegen geprescht sind. Also eigentlich ganz cool. Und gleichzeitig irgendwie auch vollkommen uncool. Und da ist nicht ein Baum. Also ihr seht hier jetzt ganz viele Bäume. Da ist nicht ein einziger Baum. Das ist alles schwarzes Gestein, was hier Bäume sind. Vielleicht mal eine Palme. Dann muss man auch umdrehen. Es gibt da keinen anderen Weg raus. Und muss der Straße wieder zurück folgen. Und dann werden wir stark links abbiegen. Wieder Richtung abenteuerliche Serpentinenstraßen. Ist ja auch nichts für jeden. Meine Frau hat gesagt, dass du hier Spaß dran hast. Ich würde das ja nicht freiwillig fahren. Das hat dann links und rechts meistens nur so ein paar Klötze als Begrenzung. Und wenn ein anderes Fahrzeug kommt, dann muss man schon... Zumindest wissen, wie breit das eigene Auto ist und wie breit das andere ist. Aber ist jetzt auch nicht so krass wie zum Beispiel auch... Wo waren wir denn davor? Wie hieß denn das nochmal? Jo, da kannten wir uns auch schon. Mensch, wie hieß denn das? Wo war ich denn da? Madeira. Auf Madeira gibt es teilweise Straßen, die sind deutlich abenteuerlicher als das, was hier. Ich wollte es gerade sagen, bevor du es gesagt hast. Echt? Krass. Ja, ich musste schmunzeln, weil das haben wir dort auch erlebt. Und das ist voll krass. Total, ja. Ja, aber Madeira ist deswegen... Also Madeira fand ich deutlich schöner als Insel. Ja, ich war ja hier noch nicht, aber außer jetzt sind wir die Eger. Oh, Madeira wäre eine Insel, da würde ich gerne nochmal hin. Auf jeden Fall, vor allem zum Wandern ist das klasse. Ja, das Essen fand ich auch besser, gerade den Fisch und all das. Das war hier auch okay, aber... Ja. Ein tolles Hotel hatten wir, da war... Da lief eine Galapagos-Schildkröte im Garten noch und das war mal so der Hammer. Cool, das ist nice. So, der Straße jetzt hier links nach dem Norden folgen. Wie sieht der hier so komisch abgebogen? Ich weiß doch genau, wie ich da stand und da habe ich geguckt, war natürlich kein anderes Auto weit und breit und da habe ich da bestimmt 30 Sekunden an der Kreuzung gestanden. Wiege ich da jetzt links ab? Ist das vielleicht was Sehenswertes? Weil diese Höhlen natürlich irgendwie als Sehenswürdigkeit da markiert sind. Diese Stadt, durch die wir jetzt hier gerade drüber fliegen, die kommt mir hier sehr viel größer vor, als sie in der Realität ist. Und es ist jetzt gerade schwer zu finden, wo die Strecke weitergeht. Ich glaube, ich bin anscheinend rechts rum, die Hauptstraße, um diesen Berg herum. Nee, falsch. Jetzt fliege ich ja wieder in den Süden, ne? Umdrehen. Ja. Wir müssen die richtige Kreuzung in dem Dorf da finden. In das Dorf und im Dorf muss das dann links abgehen. Ganz genau. So ist es. Es darf eigentlich auch nur maximal ein oder zwei Möglichkeiten geben in meiner Hinnerung. Madeira ist sehr hügelig, ist noch untertrieben, Ximox. Das ist quasi ein einziger Hügel. Und da, ah, es gibt da zum Beispiel, auf Madeira gibt es so ein Zoo bei einer Kirche, ganz oben auf einem Hügel, in so einem kleinen verschlafenen Dorf. Das ist so ein Privatgeführter, eigentlich eher so ein paar Gehege mit ein paar lokalen Tieren. Und da haben wir uns so wohl gefühlt, da kann man einen Kuchen kaufen und halt guten Kaffee. Ah, das war geil. Da konnte man einfach nur entspannen. Also ohne Kinder natürlich. Ja, hier links ist die Straße, na klar. Da fahren wir jetzt rein. Da, wo Aquila ist perfekt, der sieht die Straße schon. Du wart ja auch in der Stadt, da gibt es so ein Café, so ein Kolonialstil-Café. Da glaubst du, da sitzt der Kühlporeau irgendwo am Nebentisch, wenn du weißt, was ich meine. War total cool zum Teil. Merkst du noch diesen Kolonialstil, den die Briten auch zum Teil hinterlassen haben. Bin ich hier richtig, aber weil das ist... Aquila und ich sind richtig. Okay. Also ich habe eine sehr, sehr pentine Straße in den Bergen. Hm. Dachte die FV30 was? Ja. Oder FV323, da bin ich. Aha. Hm. Wäre natürlich die Frage... Wie kannst du das sehen? Ich habe ein Little Left Map parallel auf. Ah, geil. Und da stehen tatsächlich die Straßen nochmal bei. Das ist natürlich super. Ich muss mich unbedingt auch wieder aktivieren. Aber ich glaube tatsächlich, ich bin richtig. Oder Aquila war richtig. Und ich... Ja, die Straße, die ich hier gerade... Das müsste die 605 sein. Wenn das stimmt, dann ist das die richtige. Das ist die, die ich in Erinnerung habe. 605 sehe ich hier nicht, aber... Ah, die 605, da waren wir eh bis zu dem Dorf. Ah, okay. Die haben wir hinter uns. Und die geht auch nicht weiter, dann irgendwie 607 oder 620 oder 6 irgendwas oder 3? Ne, ne, die im Dorf biecht die links ab auf die FV30. Dann bist du bei der richtigen. Wir drehen um und wenn du mir nochmal die richtige Abzweigung zeigst, das fände ich sehr, sehr interessant. Sehr cool. Ich fliege den gleichen Weg einfach zurück. Über diese Straße. Ja, du bist auch richtig, weil das ist weiter... Ich sehe gerade schon rechts die Ebene, die dann danach kommt. Weil es kommen jetzt noch einmal richtig viele Hügel und danach kommt so eine ewige Ebene. Und links davon kommt dann irgendwann so eine krasse Tourismus-Village. Die einfach, wo jeder so ein eigenes Haus sich münden kann. Und jedes sieht exakt gleich aus. Das ist sofort ein Häschen. Will da gerne mal hin, aber hügelig ist nichts für dich. Ich kann da gerne dann im gleichen Stream, wo ich auch die Fotos hiervon dann mal bei Discord mache, vielleicht mal die Madeira-Fotos zeigen. Also da habe ich spektakuläre Fotos schießen dürfen. Das ist echt krass. Durch die tolle Landschaft, die Wilde. Ja, ist ganz toll. Wir haben auch eine ganz tolle Tour da zwischen den beiden Picos gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Pico Aero und der andere irgendwie Pico, was weiß ich. Und auf einem steht dieser Radatum. Ja, genau. Und dann haben wir da von dem einen auf dem anderen. Und dann ist da dieses Tal der Zwölf Nonnen oder wie das so oder so heißt oder Neun. Ja, das ist weiter im Norden dann. Das ist, glaube ich, im Grüntal, sag ich mal so. Also in einem etwas bewachsenen Tal. Aber da war es sehr karg, wo wir waren, wo wir hoch zwischen den Leitbergen gewandert sind, weil es erst runter ging, dann wieder hoch. Und dann auch wieder zurück, runter, wieder hoch. Da waren wir fertig wie nix. Dieses Stadt hier müsste irgendwie was mit B heißen. Bueno, Venito oder Beno, Vendonte oder irgendwie sowas. Du hast ja auch bei den Nassplatz. Ja, Nassbib ist dann immer ein bisschen blöd in der Skalierung. Da sehe ich es gerade. Aber ich sehe jetzt, welche Straße du gefahren bist und das ist genau die richtige. Ich kann mich jetzt auch wieder erinnern. Ich bin dann links, da ist dann auch der Naturpark von diesem Ort. Dem bin ich dann gefolgt bis zur Schotterpiste. Und die Schotterpiste darf man dann ja wieder nicht fahren mit den Mietwagen. Ich habe die Regel dann ein, zwei Mal später dann doch nochmal gebrochen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so weit und bin dann wieder umgedreht. Sonst hätte ich mir das da gerne angesehen, wie das da aussieht. So. Ja, das ist die richtige Straße hier. Perfekt gefunden. Ihr seht das, links ist manchmal so ein... Das sind diese Steine, diese hellen Steine. Nicht durchaus mal richtig, wo da so Brücken dann gebaut sind. Aber insgesamt von der Farbgebung der Hügel ist das alles falsch. Und ganz verkehrtes Hügel. Das sieht ja hier aus wie in Rio de Janeiro mit dem grünen Rückwuchs. Aber es sieht nach einer tollen Strecke aus. Oh ja, die hat sehr viel Spaß gemacht zu fahren. Hier seht ihr links. Das sind sozusagen die, die weißen Steine, die da als Begrenzung sind. Und hier, das ist, hier ist eine Statue. Das ist eine ganz tolle Statue. Eine ganz berühmte, so ein Mann. Einer der, dieser Könige. Das ist ja lustig mit diesen weißen Steinen. Das ist ja tatsächlich jetzt hier richtig gut zu sehen. Da ist eine schöne Wanderstrecke. Die habe ich da nicht gemacht, leider, weil ich da keine Zeit warte. Jetzt müssen wir hier stark ab... einschlagen und die Straße verlieren. Ein bisschen später kommt auch nochmal so eine tolle Statue. Da war dann ein Mann und dahinter der Sohn sozusagen. Und der Mann war voll ausgefüllt als Statue. Und der Junge, der dahinter ging, war in so Drahtgitter. Und natürlich auch kleiner. Das fand ich ja sehr, sehr stark. So von einer Sinnbildhaftigkeit, dass halt der Junge dahinter noch nicht so ausgefüllt ist, aber halt voll, aber halt noch nicht so richtig vollständig ist. Und der Mann aber schon gefestigt ist in einem... Das war ein cooles Bild, ein cooles Kunstwerk. Auf Madeira kann schon der Anzug spektakulär sein, Ximops. Ja, das stimmt. Felte, was wolltest du sein? Das steigt wieder so an. Da müssen wir schon wieder Gas geben, ordentlich hier. Das muss früher ja noch schlimmer gewesen sein mit Madeira, wo die Landebahn noch nicht so verlängert war, wie sie heute ist. Ja, jetzt ist dieser so künstlich in zwei Stockwerken. Man kann ja... Man fährt mit der Straße quasi unter der erweiterten Landebahn durch. Das ist auch total bizarr. Total spektakulär, ja. Das Einzige, was ich an Madeira ja überhaupt nicht mochte, war da die Vergötterung von Ronaldo. Bei mir stand er am Hafen. Ja, genau. Und am Hafen ist dann auch die Toilette so, dass du Ronaldo ins Gesicht pinkeln kannst, die Gästewitzes. Das war das Einzige, was ich dann wieder ganz positiv witzig fand. Aber da steht er, glaube ich, nicht mehr. Da steht er nicht mehr? Nee, ich glaube, den haben sie woanders hingesetzt jetzt. Ah, hoffentlich. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin da kein großer Freund von dem Heini. Nee. Gibt dir da recht. Nichts gegen seine fußballerischen Qualitäten, aber... Da war gerade so ein Hotel im Bau am Hafen auch, was ich gehört. Ja, ich glaube, das war fertig, als wir da waren. Ah. So, wie der Städtchen. Ja, das hier ist das, wo dieses Festival war. Da musste ich dann links einmal in so eine Sandpiste kurz runter und dann wieder zurück auf die Hauptstraße. Oh Gott, wer hier ist es hier? Das hier ist die Richtung. Ich glaube, hier rechts muss ich... Ja, das ist die Strecke. Schön. Und da geht es jetzt genau über den Hügel rüber und dann geht es links in dieses Tal. Und dann, das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn man hier mit dem Auto gerade unterwegs ist und dann hier hochfährt und dann hier über diesen Hügel kommt und dann links runterfährt und dann diesen Blick nach links hat, dieses ewige Tal quasi sieht. Das ist schon fast so Mittelerde-mäßig gewesen. Sowieso, also wenn die Hügel hier grün wären, so richtig grün, dann wäre es ja fast so ein bisschen wie auf Neuseeland, ist es aber eigentlich überhaupt. Weißt du noch, so einen Effekt hatte ich damals auf Madeira oben, auf diesem Plateau, wo man dort oben ist, weißt du das? Mhm. Das war auch ein klasse Blick. Man denkt, man ist irgendwo, ich sag mal, auf Meereshöhe. Ja, da hat man richtig die Krümmung der Erde gesehen. Also zumindest ging es uns so, dass wir das gedacht hatten. Weil man kann ja von Madeira dann auch noch die andere Insel, die dahinter ist, diese kleine Seiteninsel sehen. Das ist eine Sackgasse, darf ich berichten. Echt? Da gibt es nur eine Straße hin und keine mehr zurück. So wie eben quasi die... Ne, hier rechts geht es doch weiter, oder nicht? Ja. Das geht jetzt rechts und dann sofort gleich wieder links. Also man kommt hier nicht so nah an die Küste. Ich weiß nicht, wie du das denn eigentlich machst. Ne, ne, ganz an die Küste kommen wir auch nicht mehr links. Ne, ne, links an die Küste kommen wir nicht mehr. Es müsste jetzt eigentlich ganz lange durch dieses Tal quasi gehen. Und dann kommt man oben an die Möglichkeit, entweder zur Nordküste nochmal nach links zu fahren oder halt nach rechts zur größten Nordküsten. Nordküstenstadt, die Megatourismus ist und diesen krassen Sahara-Strand hat mit den Dünen. Ja. Genau. Hier links meinst du dann bestimmt. Genau, dahinter dann links. Genau, richtig. Ja, du bist ja vorne. Ja, genau. Weil wenn man hier dann geradeaus fährt, dann geht es schon wieder Richtung Hauptstadt und da ist dann schon wieder der Aeroporto überall ausgeschildert. Ja. Und hier sind natürlich die Dörfer, die paar Häuser, die man hier sieht. Das ist ja alles nichts. Es ist auch alles so halb verfallen. Ganz viele Bauruinen sind auch Fuerteventura, wenn man hier lang fährt. Ich weiß allgemein nicht, wie es dem der Insel so geht. Hat jetzt nicht den stabilsten Eindruck auf mich gemacht. Komischerweise siehst du die oft diese Bauruinen, ne? Ja. Also auf den anderen Inseln auch. Okay. Auch schon vor Corona? Ja, in Südspanien habe ich die auch gesehen. Also das sind immer so älter als zwei Jahre auf jeden Fall. Also das denke, das sind so Projekte, die durch was auch immer irgendwie gescheitert worden sind. Oder ich kann es nicht sagen, aber das war ein richtig großes Apartmenthäuser. Ruinen, sag ich schon. Ich kenne die Gründe nicht, warum da so viele angefangen werden zu bauen. Ich kann es so vergammeln. Ich frage mich gerade, wieso wir so einen tollen Sonnenuntergang gekriegt haben. Eigentlich war ich ja auf Live-Wetter. Aber umso besser. Bei mir ist die Lichtstimmung absolut spektakulär. Eigentlich ging die Sonne da jetzt gerade unter um schon gegen 6. Und gegen 7.48 Uhr ungefähr. 7.50 Uhr passt auf. Unsere Kinder haben tatsächlich meistens bis 7 Uhr geschlafen. Oder sagen wir mal 6.30 Uhr. Oder sagen wir mal 5.50 Uhr. Das war im Vergleich zum Normalleben hier aber sogar recht eingereicht. Und meistens waren sie abends gegen 9.30 Uhr beide am Schlafen. Sodass wir dann noch uns einen Cocktail gegönnt haben. Und den dann auf dem Hotelzimmer bei einer Folge Severance, was ich mit meiner Frau ein zweites Mal gucke, ausklingen lassen. Und das war ganz schön. Severance, wer es noch nicht gesehen hat, auf Apple TV. Extrem geile neue Serie von Ben Stiller. Ein extrem genialer Thriller, wo man die Handlung mal nicht vorhersehen kann. Ich glaube, ich muss hier links und dann rechts. Wenn du musst, dann ist das so. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen... Ja, doch, kann sein. Das war da links nochmal um den Berg. Rechts kommst du nach Puerto de Rosario. Da hat die Immobilienblase voll reingehauen, meint Ximorx bei den vielen Bau-Ruinen. Generell. Ich weiß es nicht. Kannst nicht sagen, wie da der Markt ist dort auf der Insel. Aber im Allgemeinen ist es noch nicht so schlimm. Aber generell kann ich mir eh nicht vorstellen, wie sich da irgendwas trägt. Da sind ja teilweise, selbst in diesen kleinen Dörfern, die ihr jetzt gerade seht, da sind dann teilweise Restaurants, wo ich frage, wer ist denn da? Das ist ja unmöglich, dass sich das irgendwie finanziert, wenn da mal alle vier Tage ein Tourist anhält, um wirklich was zu essen, weil er genau dann Hunger hat. Nicht nur Touristen, auch deutsche Rentner, die dort das halbe Jahr oder dreiviertel Jahr leben. Also das ist gerade... Auf Fuerteventura, der Insel, auf so einem schwarzen Stein. Oh Gott. Oh Gott. Auf dieser Insel weiß ich es nicht. Bei Teneriffa gibt es viele Rentnersiedlungen. Deutsche. Jetzt seht ihr, da hinten dieses eine Windrad. Das ist tatsächlich realistisch. Das ist auch genau da. Das ist genau das, wo meine Frau dann gesagt hat. Wie irre, dass die diese deutsche Bemalung haben, oder diese nordeuropäische Bemalung mit dem Grün haben. Ich weiß, wer da ein bisschen umstellt. Zu dunkel. Auf Teneriffa hatten wir so eine Lava-Höhlen-Tour gemacht. Das war klasse. Ich weiß nicht, gibt es das dort auch? Lava-Höhlen? Also gibt es bestimmt, ja. Ja, ja. So alte Höhlen, wo die Lava durchgeflossen ist, die die Lava hinterlassen hat. Und da konntest du dann mit Bergfleiger-Kluft so ein bisschen durchlaufen, so ein paar Meter. Ja, und da hatten wir einen deutschen Hausmeister einer Rentnersiedlung dort getroffen. Und der hat gesagt, nach diesem Job gibt es nichts mehr. Okay. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Wo ist denn hinter mir ist das, Aquila? Aquila kann richtig gut fliehen. Sehr gut. Bist du links oder rechts an diesem Krater? Rechts. Rechts am links gefahren. Achso, da ist da eine Abzweigung, ne? Ich glaube, links bin ich gefahren. Ja, hier kann man rechts oder links vorbei. Genau, links geht es dann Richtung zu dieser Tourismus-Stadt. Ja. Welche kannst du nicht eigentlich sehen? Ich kann nicht sehen. Ob ich dich sehen kann? Ja. Oh, ich sehe dich klar und deutlich. Ich meine, ich sehe von euch nur die Lichter, die Positionslichter. Ich sehe nichts. Also aus der Nähe. Ich sehe und höre dich sehen. Sehr schön. Ich habe schon wieder ein bisschen vergessen, wie das jetzt heißt oben. Irgendwie Castillo oder eh irgendwas. Auf jeden Fall, da oben kannst du deine Insel sehen. Das ist schon Teneriffa. Ja. Und rechts ist da noch so ein kleiner Hügel. Der gehört noch zu Fuerteventura hinzu. Dazu. Wenn ich euch den Rückspiegel sehe mit dem Sonnenumteil nach bei euch im Rücken. Das sieht schon toll aus. Wir müssen aber tatsächlich noch einmal umdrehen. Also es geht noch weiter nach links, da will ich euch einmal diese krasse Tourismus-Village zeigen. Oder so, wie ich sie finde. Die müsste hier eigentlich geradeaus und dann links sein. Beziehungsweise nur geradeaus. Genau an der Nordküste. Coraleco oder so? Coraleco ist genau. Das ist oben rechts, ne? Das ist diese gute Tourismus-Stadt. Das ist aber eine richtig normale Tourismus-Stadt. Es gibt halt noch eine Stadt, die quasi nur aus Tourismus-Hütten besteht. Das sind dann alles so viereckige Lehmhütten, die Doppelstockwerke haben mit Balkon. Und davon dann halt... Ja, nach was sah es aus? Ich würde fast sagen, bestimmt 400 oder so. Links daneben gibt es noch eine kleine Siedlung noch, ja. Zumindest das ist. Und dann gibt es nämlich zwei Wege zu diesem Strand mit dem Popcorn-Strand, wo ich dieses Bild gepostet habe. Wo überall dann steht, man darf keinen dieser Körner mitnehmen. Und selbstverständlich habe ich einen mitgenommen. Aber ich finde es gut, dass die Warnung da ist, weil dann nimmt man nicht in den ganzen Beutel mit. Oder? So ist das doch gemeint. So habe ich das jedenfalls verstanden. Weil wenn man da gar nichts wegnehmen soll, dann darf man da bitte nicht hingehen und muss eine Glaswand installieren. Bei dem Tourismus, der da ist. Also ich fliege gerade richtig. Da hinten links sehe ich schon diese krasse Village. Mal sehen, wie die hier gezeichnet ist. Weil hier sieht man ja eigentlich, das kommt ungefähr hin von der Farbgebung. Dass halt diese einzelnen Häuser haben halt manchmal ein rotes Dach, meistens irgendwie so Lehmdächer, Flachdächer. Und diese eine Village sieht dann halt einfach nur einfarbig aus und hat dann auch so einen total künstlichen Namen, wenn man reinfährt. Genau, da ist der, da ist die Straße und da bin ich jetzt abgebogen. Da rechts ist Covallejo, ja, ja, genau. Und da ist dann, jetzt müsste er stark rechts, genau, hinter mir einscheren. Da hinten sehen wir schon wieder die Sahara-Wüste. Das ist auch echter Sahara-Sand, der darüber geweht ist und sich da weiter ansammelt. Der wird also eher größer als kleiner. Habt ihr hier auch diesen krassen, hellen Doppelstreifen Richtung Norden, der sich durch dieses Gebirge zieht und durch den Vulkan? Da ist so ein heller Streifen. Als hätte einer rein mit einem Marker, ja, so einen Marker reingemagt. Ja, ja, hab ich. Ja, Akinaden auch. Ich bin ein bisschen hoch. Ja, sieht hier jetzt natürlicher aus, als es ist, leider. Aber nicht so schlimm. Also es ist tatsächlich das hier links, das, was hier jetzt aussieht wie eine normale Siedlung. Ich hab ein Foto geschossen, kann ich das dann auch in dem Discord-Ding da nochmal zeigen. Das ist halt komplett eintönig und auch alles so in einer Reihe, vor allen Dingen, nebeneinander. Gar nicht so rund, wie es jetzt hier geht. Obwohl, vielleicht ist es da dann in Wirklichkeit hinter den höheren Gebäuden. Naja, man sieht schon, dass es eine künstliche Anlage ist mit den Pools. So viel kommt so weit rüber. Ja, genau. Und man fährt bis zu dem Kreisel dahinter, da musste man dann umdrehen. Es scheint auch noch ein altes Bild zu sein, weil hier rechts, links von dem Kreisel, sind eigentlich noch mehr von diesen Häusern. Und die sehen halt in Wirklichkeit alle gleich aus. Genau. Das erinnert mich an Florida, weil dort siehst du die Siedlung in diesem Stil auch riesig. So, und wenn man zu diesem Strand will, dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Man kann entweder von Corralejo hin wandern, oder man kann von diesem Ding hier, wenn man in dem Kreisel dort ist, dann mit genau dieser Strecke, die ich jetzt hier vor mir habe, dann einfach auf der Schotterpiste langfahren. Und dann habe ich gesagt, ach egal, wenn ich jetzt hier, ich werde schon keinen Platten haben. Ich habe da so viele normale Mietwagen langfahren sehen, dass ich, da dachte ich, das wird schon gut gehen. Auch hier links wieder totaler Quatsch. Alles, was grün ist, ist in Wirklichkeit schwarzer Stein. Wo man sich wehtut. Ein Baum. Alles Wüste eigentlich. Und da hinten sehe ich schon, ist der eine kleine weiße Strand. Und das ist dieser Tourismus-Strand mit dem weißen Popcorn. Dein Motor gehört, Jo. Ja. Und? Schön. So, jetzt sind wir genau drüber. Da ist ein Haus, das haben sie auch richtig gesehen. Das ist so ein, äh, die sind ja auch immer bizarr. Das ist dann so einer, der da lebt. Da steht dann überall, privat, privat, privat. Und der hat dann alles, was da angeschwemmt wird, irgendwie so zum Verkauf. Was er anbietet. Oder sie, der auch immer da gewohnt hat, weiß ich jetzt nicht. Ähm. Da sind sogar ein paar Autos zu sehen, weil da halt der Parkplatz ist. Und ja, dieser kleine weiße Strand, bevor dann halt eigentlich alles schwarzes Gestein wieder ist, was hier grüner Wald ist, ist, ähm, dieser Popcorn-Strand, den es nur da gibt. War ich sehr überrascht, dass Fuerteventura so etwas Einzigartiges bietet. Und auch wirklich nur auf dieser kleinen Fläche, ne, das ist echt nicht groß. Und da sind dann eben meistens, also als ich da war, waren da 50 andere Touristen, die da händchenhaltend, instagrammend gesessen haben. Ja, und dann kann man, wenn man wollte, hier natürlich auch irgendwie zurückwandern. Das konnte man dann nicht mehr so leicht fahren. Ich bin dann umgedreht und anders gefahren, aber wir können jetzt mal der Einfachheit, Einfachheit halber sagen, ich wäre hier mit dem Auto langgefahren weiter. Ja, mit dem Geländewagen wäre das wahrscheinlich kein Problem. Und dann kommen wir nämlich nach Corralejo, wo wir gut gegessen haben als Familie. In der Tapas-Bar haben wir ganz lecker gegessen. Ich hatte diese Kroketas, die kennt ihr bestimmt. Schmecken so wie Kroketten, aber halt dann mit Spinatfüllung oder vielleicht da Fleischfüllung. Sehr, sehr lecker. Und hier gibt es auch einen sehr, sehr guten Retro-Game-Shop, der dann leider genau zugemacht hat, als ich hingehen wollte. Das war natürlich schade. Und links direkt am Strand ist die berühmteste Straße der ganzen Insel. Das ist auch wirklich irre, weil man kommt ja dann hier hin und fühlt sich auf einmal wirklich wie in der Sahara, weil dann so hohe Dünen da sind und man nichts mehr sieht außer den Sanddünen. Wenn man tief genug fliegt, könnte man es vielleicht sehen. Und dann ist links so ein absoluter Traumstrand. Und man kann die Autos rechts und links an der Fahrbahn einfach abstellen und muss dann ganz langsam fahren, weil ständig Touristen natürlich zum Fotos-Schießen anhalten und dann wieder losfahren. Und man ist ständig nur am Halten und weiterfahren und halten und weiterfahren, obwohl das eigentlich halt 70 km h hat, die Strecke hier. Die Straße. Und man geht links dann einfach rüber. Hier ist noch so eine Salzkruste quasi, über die man erst geht, so eine Salzhühle. Und dann hat man einen wunderschönen Blick aufs Meer, das dann auch sehr in den typischen kanarischen Farben glänzt. Eigentlich gar nicht so, wie es jetzt hier zu sehen ist, sondern erst so ganz hellblau und dann langsam immer tieferes Blau kriegt. Und nebenbei kann man halt hinten schon von Teneriffa die Mega-Tourismus-Küste sehen. Auch ganz lustig. Hat fast so ein bisschen, sieht die aus wie Monte Carlo, wo das Formel-1-Rennen ist. Monaco. Wenn man da so rüber guckt. Ja, und diese Strecke, hier bin ich dann dreimal gefahren mit dem Auto, weil die natürlich so schön ist, diese Straße. Ist wirklich sehenswert. Also Sahara kann, ja, man kann es so erahnen, dass das echte Dünen sind, aber sie sehen hier nicht so spektakulär aus wie in der echten Welt. Ja, und dann kommen wir wieder zur Hauptstadt zurück und zum Flughafen. Das war's mit der Tour. Auch wir haben viel gelernt und hat etwas Spaß gemacht. Woher kommen denn die Popcorn-Steine? Das sind, äh, sowas wie, wie heißen die Dinger denn, die so bedroht sind unter Wasser? Ach so, korallenart? Ja. Ah. Versteinerte Korallen. Okay. Okay, verstehe. Ich zeig das gleich nochmal für die YouTube-Version des Videos, zeig ich gleich noch die Discord. Ich hab das doch auch in Discord gepostet, oder? Ähm, das Bild davon hab ich schon mal gesehen, ja. Ähm, glaub ich, das ist in Hüde gepostet. Oder sogar getwittert, kann ich nicht machen. Ich glaub, ich hab's getwittert, ja. Ja, hab ich schon. Aber ich hab's doch auch getwittert. Genau, da hast du noch die Frage gestellt, ja. Und, wisst ihr mal, wo ich das hingepostet hab? War das eben allgemein? Ja, ich hab nur meinen kaputten Zähn. Ich hab mir das nur in mein Leid gepostet, nicht das Schöne. Gucken wir da mal kurz. Da. Schon einen Instagram wert. Diese Bitch. Aber ansonsten recht unspektakulär. Also ich hätte da jetzt gar nicht den Wunsch verspürt, da zu bleiben oder Zeit zu verbringen. Es ist wirklich nur cool, diese Steine da mal zu sehen, die halt tatsächlich aussieht wie Popcorn. Das ist schon wirklich bizarr. Aber ansonsten, da ist es halt überhaupt nicht schön. Weil da nur diese eine Straße hinführt, dieses eine Geschäft da ist. Mit so einem angespülten Tant-Kram. Und sonst ist da halt nichts. Und es ist viel zu heiß, weil da gar kein Schatten natürlich ist. So, machen wir noch eine Wasserlandung. Nochmal runterfliegen bis zu meinem Hotel ist wahrscheinlich ein bisschen albern. den größeren See gibt es ja nicht. Da können wir also nicht landen. Im Land. Nehmen wir doch die Hauptstadt, wo ich nehme, der Landebahn quasi. Ja, ist ja. Kurz vorher kann man ja schön im Hafen andocken. Ja. Gibt es ja auch, ne? Also das ist wahrscheinlich sogar, könnte ich mir vorstellen, über 14 Tage vielleicht die schönere Reise, wenn man sagt, man besucht alle kanarischen Häfen von allen Inseln. Also auch Gran Canaria und Teneriffa. Meine Frau war auch mal auf einer anderen von dieser Insel als Kind und meinte, da wäre es genauso gewesen wie jetzt hier auf Fuerte der Tour. Also so sehr scheinen sie sich nicht zu unterscheiden. ein Lanzarote vielleicht, das kommt dem wahrscheinlich als Vulkan in so noch am Nähe. Mhm. Teneriffa ist ja ein bisschen grüner, also zumindest auf der einen Seite auf jeden Fall. Mhm. Okay. Und dann Gumm, heißt die Gummera? Nein, Gummera. Nein, Gummera. Die kleinere dann nochmal. Ups. Die ist ja komplett grün. Ja. Also ich werde auf jeden Fall nicht nochmal hinfliegen. Ich glaube, ich habe für mich genug gesehen. Dafür ist sie mir ein bisschen zu eintönig. Da würde ich eher noch ein paar Mal Island oder Neuseeland oder so einschieben, bevor ich da nochmal hinfliege. Aber es war okay, das einmal zu sehen. Damit war ich einverstanden. Und garantiert nie wieder mache ich Robinson-Fluft. Niemals wieder. Also ich nehme hier schon den Hafen. Das passt dann auch. Ich weiß nicht, ob das hier ein Hafen ist, aber... Mittlerweile sollen sich hier im Fluxenolator ja auch Boote bewegen, aber wir haben noch keins gefunden, was sich bewegt hat. Ja, wir haben aber noch nicht gesucht. So richtig. Ne, nur Augen offen gehalten, sagen wir mal so. Genau. Freut mich, dass sie dir gefallen hat, Aquila. Ich muss den... Den Mix aus... Kurve und... Oh, nein, 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 nein. Ja, so ungefähr ist ja mein Urlaub auch geendet dann mit der Schreierei hier bei Hannover. Also mit dem Absturz. Back to Main Menu. Oh, ich habe auch eine Wasserlandung gemacht. Mit dem Segelflieger. Was heißt auch? Ich nicht. Ach so, du mit dem Segelflieger. Cool. Aber du hast doch immer kein Schadensmodell an, ne? Ne. Oh, ein... Ich habe das World Update Nordics noch gar nicht installiert, sagt er mir. Tja. Es wurden, glaube ich, sämtliche World Updates wurden jetzt mit dem Update auch angefasst. Vielleicht liegt es daran. 21 Megabyte, ich installiere das mal kurz nebenher. Ja. Wäre ja gerade nicht so groß sein, das Update. Jetzt patcht er noch 6 Gigabyte und ich muss ewig warten. Fällt, dass du das mitbekommen am Anfang, dass ich den nicht starten konnte, den Flugsimulator mit der Nachricht, ich solle doch bitte die Disc eingeben? Ja, habe ich gesehen. Aber ich konnte mich auch erinnern, dass ich das irgendwann schon mal hatte auch. Aber das war dann mit dem PC-Neustart oder als Admin-Start war das dann erledigt. Ah, okay, das ist gut. Wie hast du es geklappt? Das sah ja gut aus hier. Die World Map bei Nacht habe ich noch gar nicht gesehen, dass die so beleuchtet ist jetzt. Das sieht ja cool aus. Ich habe mich mit dem Xbox-Store nochmal neu angemeldet, das hat bei mir geholfen. Ah, okay. So, den Flieger kriege ich jetzt nicht schnell genug runtergeladen, oder? Sehr groß. Äh, der Diskus? Ja. Den musst du dir vom Flight Sim 2 dir laden. Es könnte quick und dirty, könnte es ein bisschen dauern. Ja, nee, dann machen wir das jetzt nicht. Genau. Den müsstest du im Community-Fall erpacken und wieder neu starten. Okay, nee, 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 nee. Das machen wir jetzt nicht on Stream. Ich überlege noch, machen wir noch irgendwas on Stream? Ansonsten kann ich schon mal ankündigen, übermorgen ist der Stream nach Wahl. Äh, Getting Over It darf ich spielen für uns alle. Mal sehen, ob das lustig wird und wenn ja, wie. Und am Dienstag geht es dann weiter mit Subnautica. Und ich überlege die ganze Zeit noch, ich werde ja auf jeden Fall das neue Monkey Island spielen, aber das ist jetzt ja auch schon wieder eine Woche alt. Die Leute haben das alle selber schon gespielt und es ist wieder so ein Story-lastiges Spiel. Da weiß ich noch nicht, ob wir das, ob wir das alle zusammen sehen wollen. Aber vielleicht mache ich es einfach mal. Ich würde es dir nicht anschauen, weil ich es nicht spoilert möchte. Weil es selber spielen wird. So geht es, glaube ich, eigentlich allen. Gerade bei dem ist es, glaube ich, dann wirklich so, ne? Dass der eine oder andere sich das offen hält. Guck mir Tokio nochmal an. Und wünsche allen einen wunderschönen guten Abend. Und sage bis zum nächsten Mal an alle, die im Stream schauen. Ja, danke schön. Auch gute Nacht. Danke, gleichfalls. Tschüss, macht's gut. Danke fürs Mitfliegen. Sehr gerne doch, immer wieder. Fliegen immer.